Glaubenbekenntnis an Gott, den Sohn Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Toten, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Jesus Christus Der Name Jesus, Jesus auf Griechisch, stammt vom hebräischen Namen Jehoshua, welches bedeutet Jehova ist Erlösung. Christus ist Mashiach auf Hebräisch und Christos auf Griechisch, was der Gesalbte bedeutet. Der Name Christus ist die neutestamentliche Bezeichnung für die alttestamentliche Bezeichnung Messias. Der Ausdruck Ho Christos, der in den vier Evangelien häufig vorkommt, ist das Wort Christus, dem der Artikel der vorangestellt ist, der uns sagt, dass Jesus der absolute Gott selbst ist. Gott, der Vater, mit anderen Worten, sandte seinen eigenen Sohn, um alle, die auf dieser Welt leben, von allen Sünden zu befreien. Genau genommen sind diese zwei Namen, Jesus und Christus, nicht wirklich austauschbar. Der Name Jesus ist der Name des Retters, der als Fürsprecher der Menschheit, als Friedensstifter zwischen Gott und den Menschen kam. Aber der Name Christus bedeutet, dass der Gesalbte, der aus den Traditionen der alten Region des Nahen Ostens stammt, das heißt aus dem Ritual, diejenigen zu unterscheiden, die ausgewählt wurden, um die Verantwortung hoher Positionen zu tragen, indem sie gesalbt werden. Für das Volk Israel in den Zeiten des Alten Testaments ist diese Tradition aus Gottes eigenem Gebot entstanden. Sie salbten Propheten, Priester und Könige, 1. Könige 19, 16, Psalm 133, 2. Das war das Ritual, das öffentlich vor allen bestätigte, dass die von Gott aus Erwählten für die Pflichten eines jeden geeignet waren. Solche symbolischen Rituale des Alten Testaments waren jedoch nur für einen bestimmten Zeitraum wirksam, in dem diese mit solchen Aufgaben betrauten Personen am Leben waren. Und dennoch war die Fähigkeit, ihre Pflichten zu erfüllen, auch unvollkommen. Diese Tatsachen implizieren, dass die Israeliten nur auf das Kommen des Vollkommenen warten konnten, der von Gott selbst gesalbt werden würde. In solch einem Kontext gab es die Geburt der einen, der vom Heiligen Geist besonders gesalbt sein würde, um die Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen. Matthäus 3, 15-17, Markus 1, 10-11, Lukas 3, 21-22. Jesus selbst bezeugte dies, Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Lukas 4, 18. Siehe auch Jesaja 61, 1, so bedeutet der Name Christus der Gesalbte, der sein Volk von der Sünde rettet. Im Namen Christus sind nicht nur seine Pflichten als Erlöser und Fürbitter enthalten, sondern auch seine Autorität und Macht, die sich in seiner vollkommenen Erfüllung dieser Pflichten manifestieren. 1. Christi Merkmale Christus existierte bereits vor der Schöpfung, Epheser 1, 4. Paulus erklärte den Willen, den Gott schon vor der Schöpfung hatte, mit den Worten, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, das im Himmel und auf Erden ist. Epheser 1, 10. Zur Erfüllung seines Willens sandte Gott seinen eingeborenen Sohn auf die Erde, den er verheißen hatte und der gesalbt werden würde. Die Familienlinie dieses Sohnes Gottes wird in dem Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hatte, detaillierter dargestellt. Das heißt, dass er als ein Nachkomme von Abraham kommen würde und dass alle Völker wegen ihm gesegnet werden. 1. Mose 22, 17-19 Dies war die Verheißung Gottes. Jakob, der während der Stunde seines Todes seine Söhne segnete, sagte auch, dass der Messias als ein Nachkomme von Judah kommen würde. 1. Mose 49, 10 Die Propheten der späteren Zeit enthüllten die Merkmale und Dienste des Messias noch detaillierter. Laut Jesaja 53 wurde prophezeit, dass Christus die Sünden seines Volkes auf sich nehmen würde, gekreuzigt werden würde, durch die Hände des Volkes leiden und von ihnen verlassen werden würde und schließlich sterben und begraben werden würde. 2. Mose 49, 10 Die göttliche Natur von Jesus Christus Jesus Christus hat nicht nur vor der Schöpfung existiert, sondern er hat als der ewige und wahre Gott existiert. Darüber hinaus, obwohl er auf diese Erde im Fleisch eines Menschen kam, war er weiterhin Gott selbst. Johannes 1, 1, 14 Wie es in Römer 9, 5 heißt, Er, der da ist, Gott über alles, gelobt in Ewigkeit. Das Bekenntnis der Gemeinde Gottes über die göttliche Natur von Jesus Christus ist kein von Menschen gemachtes Bekenntnis, denn dieses basiert auf der Offenbarung Gottes selbst. Matthäus 16, 17 Darüber hinaus beschreiben alle Wahrheiten der Bibel die göttliche Natur von Christus, eindeutig und nicht mehrdeutig. Micha 5, 1 Jesaja 9, 5 Im Neuen Testament wird die wahre Göttlichkeit von Christus des Retters oft von Christus selbst erklärt. Petrus bekannte auch Jesus, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Matthäus 16, 16 Siehe auch Markus 8, 29 und Lukas 9, 20. Außerdem sagte Paulus auch, Christus Jesus, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Philippa 2, 6 Während Johannes Christus lobte, bekannte er auch, Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns den Sinn dafür gegeben hat, dass wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. 1. Johannes 5, 20 Als Kaifas, der hohe Priester Jesus, fragte, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes, antwortete Jesus ihm, du sagst es. Matthäus 26, 63-64 Bei anderen Gelegenheiten sagte Jesus auch, dass er und Gott der Vater eins sind. Johannes 10, 30 Und dass er vor Abraham existiert hatte. Johannes 8, 58 Christus erwähnte zudem seine Rolle als hohe Priester und die Herrlichkeit, die er mit dem Vater bereits vor der Schöpfung teilte. Johannes 17, 5 Außerdem, wenn Christus Menschen ihre Sünden vergab oder sie von ihren Krankheiten heilte und wenn er seine Jünger ermahnte, an ihn zu glauben, waren all diese Dinge von ihrer Anerkennung seiner Göttlichkeit abhängig. Jesus Christus ist die zweite Person des dreifaltigen Gottes, der als der Sohn Gottes wirkte. Matthäus 16, 16, 26, 63-64 Laut dem Engel, der Maria besuchte, würde der Sohn, den Maria gebären würde, Gottes Sohn genannt werden. Lukas 1, 35 Unmittelbar nach der Taufe Jesu durch Johannes kam eine Stimme vom Himmel herab und sprach, Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Matthäus 3, 17 Siehe auch Markus 1, 11 und Lukas 3, 22 Dies bedeutet, dass seine Taufe nicht ein einfaches Ritual war, sondern von Gott dem Vater zugelassen. Es bezieht sich auf die Taufe, die Jesus erhielt, um alle Sünden der Menschheit auf sich zu nehmen. Auf diese Weise erfüllte er alle Gerechtigkeit Gottes. Matthäus 3, 15 Kurz bevor Jesus getauft wurde, sagte er zu Johannes, lass es jetzt geschehen. Das heißt, taufe mich, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Matthäus 3, 15 Die Bibel erklärt, dass Jesus Christus dieselbe besondere Kraft wie der Vater hat. Johannes 5, 26 Der Apostel Paulus bezeichnet Christus als Gottes eigenen Sohn. Römer 8, 32 Und Johannes sagt, dass Christus das Wort war und Gott war das Wort. Johannes 1, 1 Es beschreibt ihn auch als Gottes eingeborenen Sohn. Johannes 1, 14 3, 16 Siehe auch 5, 18 Wo Jesus selbst Gott als seinen eigenen Vater bezeichnete. 2. Die menschliche Natur von Jesus Christus Das Neue Testament betont auch die menschliche Natur Christi. Der ewige Sohn Gottes wurde dem Menschen gleich, Philippa 2, 7-8 Geboren. Er wurde der Mensch Christus Jesus, genannt 1. Timotheus 2, 5 Obwohl er Gott selbst war, inkarnierte er sich zu einem Menschen und wohnte unter uns, Johannes 1, 14 In Folge wurde er von Johannes dem Täufer getauft. Er lebte unter den Menschen als ein Mann und teilte ihr Glück, ihre Freude und ihre Traurigkeit und er aß auch das gleiche Essen, das sie aßen. Er war ein Mensch nicht nur in seiner Erscheinung, sondern auch in seinem Wesen. Wie andere war er auch ein Nachkommer Adams. Die Familienlinie von Lukas 3, 38 Und er wurde von einer Frau geboren, Lukas 2, 6-7 Matthäus 1, 18-25 Und Galater 4, 4 Unter seinen Vorfahren waren Abraham und David Matthäus 1, 1 Obwohl Jesus selbst keine Sünde hatte, kam er dennoch auf diese Erde im Fleisch eines Menschen, die durch Sünden geschwächt waren, mit anderen Worten, Christus kam in Gestalt des sündigen Fleisches und erfüllte durch die Taufe durch Johannes alle Gerechtigkeit Gottes, Johannes 19, 30 Obwohl er unsere Sünden mit seiner Taufe schulterte und litt, wurde er von anderen nicht unterschieden, Jesaja 53, 2-3 Obwohl Christus dieselbe menschliche Natur hatte wie wir, ergab er sich nie der Versuchung der Sünde. Laut dem Verfasser des Hebräer Buches war Christus. Versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Hebräer 4, 15 Jesus trug nur Sünden, weil er alle Sünden der Welt auf sich nahm, indem er von Johannes getauft wurde. Und deshalb wurde er um der Sünder willen gekreuzigt. In Bezug auf Christus heißt es in Hebräer 7, 26 Denn ein solcher Hohenpriester mussten wir auch haben, der heilig, unschuldig, unbefleckt von den Sündern, geschieden und höher ist als der Himmel. Die drei Pflichten Christi Es gab drei Arten von Personen, die im Zeitalter des Alten Testaments mit Öl gesalbt wurden. Die Propheten, die Priester und die Könige. 1. Könige 19, 16 2. Mose 40 13-15 2. Könige 9, 3 Christus ist der Prophet und der Lehrer, der vom Heiligen Geist gesalbt wurde. Und er ist auch der himmlische Hohepriester. Die Konzepte der vielen Rollen, die Jesus spielte, sind alle biblisch fundiert. 5. Mose 18, 15 heißt es Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken. Siehe auch Vers 18 Im Psalm 110, 4 nennt Jehova Christus mit den Worten, du bist ein Priester ewiglich. Saharia 6, 12-13 offenbart das Königreich Christi, indem er erklärt, es ist ein Mann, der heißt Spross, der würde herrlich geschmückt sein und wird sitzen und herrschen auf seinem Thron. Diese drei Pflichten Christi wurden alle erfüllt, als Christus auf diese Erde kam. Alle Sünden der Welt schulterte, indem er von Johannes getauft wurde, gekreuzigt wurde und sein Blut am Kreuz vergoss und wieder von den Toten auferstanden war. A. Prophet Wie die Propheten des Alten Testaments erfüllte Christus seine prophetische Rolle, indem er den Willen Gottes offenbarte und seinem Volk vorstellte. Aber Christus war nicht nur ein einfacher Prophet oder Gesandter, er war der größte Prophet für die Menschheit. Sein Wort war das vollständige und vollkommene Wort Gottes, das kein Prophet jemals ergänzen oder entfernen kann. Das ist, weil alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis in ihm verborgen sind. Es ist auch, weil er der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist. Johannes 1, 18 Christi Botschaft wurde vollkommen gemacht, als er seine Mission beendet hatte. Um alle Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen, wurde Jesus von Johannes getauft und vergoss sein Blut am Kreuz. Und er ruft alle Sünder innerhalb der Gerechtigkeit, die er vollendet hat, von ihren Sünden erlassen zu werden. Daher kann eine solche wahre Erkenntnis Gottes und Lehren über die Erlösung nicht erreicht werden, ohne an die Taufe Christi und das Blut am Kreuz zu glauben. Diejenigen, die nicht glauben, sind schon gerichtet, weil sie nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt haben und damit Sünde in Sünde bleiben. Johannes 3, 18 Sie können den Weg des ewigen Lebens auch nicht finden, weil Christus Predigten Kraft und Autorität als Prophet hatten, brachten sie die Zuhörer dazu, seinem Wort zu gehorchen. B. Hohepriester Im Psalm 110, 4 sagt Gott Zu seinen Gesalbten Du bist ein Priester ewiglich nach der Weisheit Melchisedeks Dies bedeutet, dass Christus der Hohepriester ist, nicht aus der Ordnung Aarons, sondern der Hohepriester aufgrund der besonderen und einzigartigen Berufung Jehovas. Die Priester des Alten Testaments, die in der Stiftshütte oder im Tempel gedient hatten, waren die Vorläufer dieses kommenden Christus und priesen Christus als den vollkommenen und ewigen Hohepriester. Er wirkte als der vollkommene Hohepriester, denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in der Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Hebräer 9, 24 Der Dienst Christi als Hohepriester hat drei Dimensionen. Erstens hatte er sich als Opfer für unsere Sünden auf immer angeboten. Jesus Christus mit anderen Worten hatte die gesamte Menschheit mit seiner Taufe und seinem Blutvergießen von der Zerstörung erlöst. Er hatte Gottes Gerechtigkeit vollendet, indem er die ewige Erlösung für uns erlangt hatte. Christi Sühneopfer war seit tausenden von Jahren durch das Opfersystem unter den alten Opferritualen des Auflegens der Hände vorhergesagt und bekannt. Dies wurde insbesondere durch das Auflegen der Hände auf den Kopf des Passalammes und dessen Blutvergießen enthüllt. Im Gegensatz zu den Opfergaben von Aaron und anderen Priestern des Alten Testaments, die symbolisch und wiederholend waren, kam Christus nur einmal auf diese Erde und indem er die Sünden der Welt durch seine von Johannes empfangene Taufe auf sich nahm und am Kreuz starb, erfüllte er alle Gerechtigkeit Gottes ein für allemal. Deshalb wurde er getauft und gab all die vollkommene Opfergaben am Kreuz Christus, wie in Hebräer 9, 26 steht. Nun aber, am Ende der Welt ist er ein für allemal erschienen, durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Er ist das Lamm Gottes, das mit seiner Taufe die Sünden der Welt geschultert und sie ans Kreuz getragen hat. Matthäus 3, 13-17 Christus offenbart uns, dass er selbst als unser eigenes Passalamm geopfert wurde, indem er sich für die Sünden der Menschheit opferte. Bezahlte er den Sollt der Erlösung an Gott für sein Volk. Wie es in Hebräer 9, 28 heißt, so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Er trat nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern ein, sondern er betrat das Allerheiligste ein für allemal durch sein eigenes Blut, nachdem er die ewige Erlösung erlangt hatte. Hebräer 9, 12 Dies wurde durch die Annahme seiner Taufe und das Kreuz erreicht. Er tat wie die Hohepriester des Alten Testaments, die am Versöhnungstag mit dem Blut des Opfers in das Allerheiligste einzutreten hatten. Ebenso nahm Jesus durch die Taufe an seinem Leib die Sünden der Welt an, die auf ihn übergegangen waren, und stieg in den Himmel auf, nachdem er alle Sünden der Welt mit seinem Blut am Kreuz gesühnt hatte und betrat mit seinem eigenen Opferblut das Heiligtum des Himmels. Auf diese Weise hat Christus all diejenigen von ihrer Schuld und Flüchen gerettet, die an seine Taufe und das Blut glauben. Vor allem für die Erlösung seines Volkes von ihren Sünden konnte Christus alle seine Werke vollbringen, einschließlich der Taufe durch Johannes und des Blutvergießens am Kreuz. Mit seinem freiwilligen Gehorsam, das heißt, indem er getauft wurde, trug Christus die Sünden seines Volkes, und mit seinem aktiven Gehorsam, das heißt, indem er die Sünden ans Kreuz trug und gekreuzigt wurde, erfüllte er die Gerechtigkeit Gottes vollkommen. Es ist, wenn wir daran glauben, dass wir unsere Eignung für die Erlösung erreichen, indem Christus auf diese Erde kam und seinen Leib als Opfer für die gesamte Menschheit hingab, erfüllte er alle gerechten Werke Gottes. Auf diese Weise hat er sein Volk, das aufgrund der Verderbnis Adams Sünder geworden war, von allen seinen Sünden gerettet. Es ist durch dieses Werk, das Christus den gerechten Plan Gottes vollkommen erfüllte. Durch seine Taufe und das Blut, das er seinem Volk gab, ermöglichte er es ihnen, die Gerechtigkeit Gottes zu empfangen. Die zweite Dimension des priesterlichen Dienstes von Christus ist das Gebet. Er ermöglicht der Menschheit nicht nur, sich einfach Gott zu nähern, sondern er ermöglicht ihnen auch, mutig vor den Gnadenthron Gottes zu gehen. Hebräer 4,16 Siehe auch, 10,19 Christus lehrt nicht nur, wie man betet. Lukas 11,1-4 Matthäus 6,9-13 Christus selbst betet für sein Volk und er wirkt als Fürsprecher, der um ihretwillen für sie plädiert und sie vor Gott verteidigt. Solche Werke wurden bereits getan, als Christus auf dieser Erde diente. Lukas 22,32 und 23,34 Johannes 17 Und sie werden auch jetzt noch erfüllt, nachdem er erhöht wurde und das Heiligtum des Himmels betrat, um zur rechten Gottes des Vaters zu sitzen. Römer 8,34 Christus verstand vollkommen alle Leiden und Trauer der Menschen, kannte ihre Bedürfnisse gut und ging mit einem mitfühlenden und barmherzigen Herzen auf diese Bedürfnisse ein, wie es in Hebräer 4,15 heißt. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Seine Gebete reflektieren sein tiefgehendes Verständnis für die Bedürfnisse der Menschheit. Die dritte Dimension des priesterlichen Dienstes Christi besteht darin, um für die Segnungen seines Volkes zu bitten. Im Alten Testament bestand eine der priesterlichen Aufgaben darin, ihre Hände auf ihr Volk zu legen und sie zu segnen. Gott versprach, dass wenn die Priester die Nachkommen von Israel im Namen Jehova gesegneten, er tatsächlich ihnen den Segen geben würde. 4. Mose 6,22-27 Als Christus auf dieser Erde diente, war seine Existenz selbst schon ein Segen. Und bevor er in den Himmel auffuhr, hob er seine Hände und segnete seine Jünger. Lukas 24,50-51 Selbst jetzt noch segnet er sein Volk mit dem geistlichen Segen des Himmels. Epheser 1,3 Durch seinen Geist schenkt er ihnen die Gabe des Himmels und bringt ihnen die unendlichen Schauer des Segens. So ist Christus Gott selbst, für den es keinen anderen Vergleich geben kann. Denn Christus allein konnte das Opfer der Versöhnung werden und auf der Seite seines Volkes stehend, konnte er allein das Gesetz vollkommen erfüllen. So ist nur Christus der Fürsprecher, der uns den Segen des Himmels bringt. Wenn es Menschen gibt, die nicht an seinen priesterlichen Dienst glauben, werden sie mit Sicherheit keinen anderen Priester finden können, der für ihre Sünden sühnen kann. Weil sie keinen Fürsprecher finden können, der mit Gott ist, werden sie weit davon entfernt, die Segnungen des Himmels zu empfangen, stattdessen alle ihrer ewigen Verdammnis gegenüberstehen. C. König Christus wurde ebenso wie die Könige des Alten Testaments als König für seine Pflichten gesalbt, aber er war nicht wie die vorhergehenden Könige, die Ruhm und Macht mit Gewalt erlangten. Vielmehr wurde Christus als der ewige König gesalbt und als der König, der mit unendlicher Macht, Gerechtigkeit und Wahrheit regieren würde. Johannes lenkte die Aufmerksamkeit auf die Tatsache, dass Jesus sagte, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Johannes 18, 36 Paulus wiederum lehrte, dass das Reich Gottes nur aus Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist, Römer 14, 17, besteht. Der Autor des Hebräer Buches sagt, dass dieser König mit seinem Wort regiert, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Hebräer 4, 12 Darüber hinaus ist das souveräne Königreich Christi nicht auf die jüdischen Nationen beschränkt. Christus ist das Haupt der Gemeinde, die Gemeinde seiner Gläubigen. Epheser 4, 15 Diese Gemeinde wurde von der Herrschaft des Teufels erlöst und mit dem Blut Christi gebaut. Seine Gemeinde wird durch den Heiligen Geist geführt und gehört für immer Christus. Als König schützt Christus seine Gemeinde vor jeder Gefahr. Er lässt keine Kräfte, egal welcher Art sie sein mögen, jemals die Gemeinde überwinden, selbst wenn solche Kräfte die Tore des Hades Hölle wären. Können sie sich nicht gegen die Gemeinde durchsetzen. Matthäus 16, 18 Darüber hinaus ist seine Herrschaft barmherzig und vollkommen. Durch eine solche Herrschaft lässt er sein Volk sich seiner Autorität unterwerfen und seinen Worten gehorchen. Außerdem können auch diejenigen, die seine Souveränität nicht anerkennen, der Herrschaft Christi nicht entkommen. Denn Gott der Vater hat es dem Sohn ermöglicht, über das ganze Universum zu herrschen. Der Vater hat Christus alle Autorität gegeben. Jesus sagte daher, Mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Matthäus 28, 18 Paulus schreibt, dass der triumphierende Christus den falschen Engeln ihrer Macht entkleidet hat. Kolosser 2, 15 Der Apostel Johannes sagt, Christus sei Herr über die Könige auf Erden. Offenbarung 1, 5 Die souveräne Autorität Christi mag auf dieser Erde ignoriert zu werden, scheinen und seine Herrlichkeit mag gelästert, beleidigt und von den Feinden versteckt werden. Psalm 89, 51 Aber seine Majestät scheint weiterhin im Himmel als der König der Könige und der Herr aller Herren. Offenbarung 19, 16 Am Ende wird Christus in den Wolken zurückkommen und wird Ehre denen geben, die geglaubt haben und Unwürdigkeit denen, die ihn zurückgewiesen haben. Matthäus 25, 31-46 Wenn diese Zeit kommt, wird sich die Herrschaft Christi durch seine Gerechtigkeit überall im Himmel und auf Erden manifestieren. 2. Petrus 3, 13 Offenbarung 21 Im Neuen Testament war Christus der Prophet und gleichzeitig der Hohepriester und der König. Wenn Christus als Prophet sprach, wurden seine Lehren von seiner Autorität als König begleitet. Lukas 4, 32 Als Christus vor Pilatus zugab, dass er tatsächlich ein König war, sagte er auch, dass er als Prophet auf diese Welt gekommen sei, um die Wahrheit zu bezeugen. Johannes 18, 37 Als Christus Wunder vollbrachte, wurde seine souveräne Autorität offenbart. Solche Wunder wurden durch sein prophetischen Lehren gesichert und diese Wunder wurden durch seine priesterliche Barmherzigkeit geschenkt. Matthäus 8, 17 Predigt über den Heiligen Sohn Wer ist Jesus Christus? Warum ist Jesus auf diese Welt gekommen? Jesus kam durch den Leib einer Jungfrau. Grund? Um die Menschen von den Sünden zu retten, musste er in ihrem Fleisch kommen. In welcher Gestalt kam er? Er kam in einer Gestalt, die nichts Wünschenswertes hatte. Jesus kam zur Nation Israel im Fleisch eines Menschen durch den Leib der Jungfrau Maria. Es war, um das Wort der Prophezeiung für die gesamte Menschheit zu erfüllen. Christus kam, um das Licht für diese dunkle Welt zu werden. Er kam, um als Vermittler zwischen Gott und der Menschheit zu wirken. Nachdem er die Sünden der Welt durch die von Johannes dem Täufer empfangene Taufe geschultert hatte, wurde er gekreuzigt und vergoss sein Blut am Kreuz. So kam er, um die Vergebung der Sünden und das Leben denen zu geben, die glauben. Christus kam, um uns das Himmelreich durch den Glauben an seine Taufe, der Reinigung von den Sünden und das Blut am Kreuz zu geben und räumte uns ein, das Feuer der Hölle zu vermeiden. Diese Welt war eine dunkle und hoffnungslose Welt gewesen. Bevor Christus auf diese Welt kam, gab es kein Licht der wahren Erlösung. Noch schlimmer, sie war in pechschwarzer Finsternis eingeschlossen. In eine solche Welt kam Jesus. Warum ist Jesus gekommen? Er kam, um das Licht der Erlösung in dieser Welt scheinen zu lassen. Eigentlich wurde Jesus nicht im Dezember geboren, vielmehr wurde er in einer Saison geboren, als die Felder Israels mit grünem Gras gefüllt waren, weil die Hirten ihre Schafe hüteten und sie auf dem Feld weiden ließen. Lukas 2, 8 Dies belegt die Tatsache, dass ein tatsächlicher Geburtstag nicht der 25. Dezember war. Warum feiern wir dann Weihnachten an diesem kühlen Tag des 25. Dezembers? Dies lag daran, weil in der Mitte des 4. Jahrhunderts die westliche Kirche diesen 25. Dezember als Geburtstag von Jesus festlegte, um die Ausbreitung der heidnischen Verehrung von einem Sonnengott zu verhindern. Aber dieser Tag war tatsächlich ein Tag der Anbetung des Sonnengottes. Mit dem Ziel, die Teilnahme an diesem heidnischen Fest zu hemmen und die Verfälschung des christlichen Glaubens zu verhindern, wurde der gleiche Tag des heidnischen Festes als Geburtstag von Jesus mit einer Strategie verkündet, die der Bekämpfung von Feuer mit Feuer gleichkommt. Wir sind uns nicht sicher, wann genau Jesus Geburtstag ist, aber wir wissen mit Sicherheit, dass der Sohn Gottes kam, um die gesamte Menschheit zu retten und deshalb haben wir einen Tag im Jahr vorgesehen, um seine Ankunft zu feiern, unabhängig davon, ob am 25. Dezember wirklich ein Tag des heidnischen Festes gewesen war, weil die ganze Welt den Tag feiert, als Jesus geboren wurde, um uns von den Sünden zu retten. Legten wir einen Tag fest, um uns daran zu erinnern, zu danken und ihn zu loben. Als Jesus auf diese Erde kam, waren alle Menschen dieser Welt vom Teufel getäuscht worden. Ihre Herzen waren wegen ihrer Sünden beladen und sie wussten wirklich nicht, wie sie das ewige Leben empfangen sollten. Darum sandte Gott, der Vater, seinen Sohn Jesus, um die Menschen der Welt von all ihren Sünden zu retten. Der Name Jesus heißt Erlöser, was bedeutet, er wird sein Volk von den Sünden retten. Dieser Jesus kam auf diese Welt, da er die Sünden der Welt durch seine Taufe trug, wurde Jesus am Kreuz verurteilt und hat dadurch alle diese Sünden ausgelöscht. War Jesus Gott? Ja, Jesus war Gott selbst in seinem Wesen. Jesus ist der eine, der das gesamte Universum mit dem Wort seines Mundes schuf. Es ist Tatsache, dass diese Welt von Gott erschaffen wurde. Johannes 1,3 sagt, alle Dinge sind durch ihn gemacht und ohne ihn ist nichts gemacht, was gemacht ist. Jesus war Gott selbst, der kam, um Sünder zu retten. Jesus schuf am Anfang diese Welt und das ganze Universum. Als Jesus sagte, es werde Licht, dann wurde Licht. Als er sagte, es werde die Sonne, dann kam die Sonne zur Existenz. Es ist auf den Befehl von Jesus hin, es werde, dass alle Gräser Bäume, das Meer, der Himmel und sogar selbst die Menschheit entstanden. Jesus ist Gott, der zu Anfang all diese Dinge schuf. 1. Mose 1,3-15 Er war grundlegend der Gott der Schöpfung. Alle Dinge sind durch ihn gemacht und es gab nichts, was ohne ihn gemacht wurde. Warum dann kam er auf diese Erde verkörpert im Fleisch eines Menschen? Er kam, um alle Sünder dieser Welt von all ihren Sünden zu retten. Der Grund, dass Gott zur Menschheit kam, war das wahre Licht jedem Sünder scheinen lassen, um sie von all ihren Sünden zu retten. Johannes 1,9-12 sagt, Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Der Sohn Gottes kam, um alle Sünden auszulöschen, die wir von Adam, dem Vater der Menschheit, geerbt haben, und die Finsternis von dieser Erde zu vertreiben. Sein Name ist Jesus Christus und Jesus Christus ist der Sohn Gottes des Vaters. Warum haben die Menschen Jesus nicht in ihrem Herzen empfangen? Weil er Sünder von ihren Sünden gerettet hat, indem er als ein niederer Mann kam, weil die Menschen ihnen eigenen Glauben und ihre eigenen Gedanken nicht ablegten, weil sie nicht erkannten, dass sie von Gott geschaffen worden sind, weil sie nicht wussten, dass sie an die Hölle gebunden sind, weil sie vom Moment ihrer Geburt Sünder sind, weil Menschen nicht wussten, dass Jesus der Erlöser ist, weil sie die Wahrheit nicht kannten, weil sie den Erlöser, der Gott selbst ist, nicht erkannt haben, weil sie auf das Evangelium des Wassers und des Geistes nicht reagierten, weil sie Jesus nicht kannten, der der Weg und die Wahrheit ist. Jesus wurde in Bethlehem geboren, einer kleinen ländlichen Ortschaft in Israel. Warum wurde Jesus auf dieser Welt geboren? Er kam zu uns, um diejenigen zu retten, die in dieser Welt misshandelt werden und ein wahrhaft niederes Leben in dieser Welt leben. Jesus kam, um diejenigen zu retten, die wegen ihrer Sünden gequält sind, die in das Himmelreich eingehen wollen und die in Gottes Gnade gekleidet sein wollen. Das ist, warum Jesus in einer Krippe geboren wurde. Als Jesus jedoch auf diese Welt in der Gestalt eines Menschen kam, hat das Volk Israel ihn nicht als Gott und als den Messias anerkannt. Sie erkannten nicht, dass er der Sohn Gottes war, der Schöpfergott, der das ganze Universum und alles darin geschaffen hat. Deshalb nahm das Volk Israel ihn nicht auf. Dies gilt auch jetzt noch. Viele Menschen auf dieser Welt wissen immer noch nicht, dass Jesus der Gott der Schöpfung und der Erlöser ist, der die Menschen von all ihren Sünden gerettet hat. Jesaja schrieb, dass als Gott vom Himmel schaute, niemand auf dem Plan ist und verwundert sich, dass niemand ins Mittel tritt. Jesaja 59,16 Gott selbst musste mit dem Heil kommen und er selbst musste auf diese Erde kommen und uns ohne Sünde machen. Das heißt, die Sündigen ohne Sünde. Als er auf diese Erde kam, um die Mauer niederzureißen, die in unserer Beziehung zu Gott dem Vater infolge unserer Sünden entstanden war und uns von ihm trennte, nahm er alle Sünden der Menschheit mit seiner Taufe auf sich und trug die Verurteilung aller dieser Sünden der Menschheit durch die Kreuzigung und seinem Blutvergießen am Kreuz. Er hat damit diejenigen gerettet, die glauben, egal wie Menschen keine eigene Gerechtigkeit haben, egal wie unzureichend und schwach sie sind und egal wie viele Sünden sie begangen haben. Wenn sie nur erkennen, dass Jesus alle Gerechtigkeit und das Nehmen ihrer Sünden durch seine Taufe und seinem Blutvergießen am Kreuz erfüllte und wenn sie diese Wahrheit in ihren Herzen annehmen, können sie alle von ihren Sünden gerettet werden, so gibt es nur einen wahren Retter auf dieser Welt und dieser Retter ist allein Jesus. Der Name Jesus selbst bedeutet, er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Matthäus 1, 21 Durch welches Tun können wir in den Himmel gelangen? Können wir in den Himmel gelangen, indem wir gute Taten tun? Nein. Können wir, wenn wir in diese Welt hineingeboren werden, leben, ohne jemals zu sündigen? Nein. Es ist unmöglich für uns, niemals zu sündigen. Wir können nicht anders, sondern sündigen für den Rest unseres Lebens bis zu unserem eigenen Ableben. Können Menschen in den Himmel gelangen, wenn sie eine Sünde so gering wie ein Cent haben? Nein. Gibt es dann jemanden auf dieser Welt, der durch seine eigene Kraft in den Himmel kommen kann? Nein. Wodurch können wir dann in den Himmel eintreten? Wir können durch Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes, das von Jesus Christus gegeben wurde, in den Himmel gelangen. Er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Matthäus 1, 21 Wenn wir an Jesus glauben, wie können wir ihn wirklich annehmen? Johannes 1, 12 sagt, Wie viele ihn aber aufnehmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, denen, die glauben, dass Jesus ihr Erlöser ist und all ihre Sünden auslöschte, hat er das Recht gegeben, Gottes Kinder zu werden. Haben sie das Evangelium des Wassers und des Geistes empfangen? Was ist die Wahrheit? Man kann die Wahrheit nur empfangen, wenn man die Wahrheit des Wassers und des Geistes kennt. Wenn jemand an die Tür klopft, öffnen wir sie nur ein wenig und fragen zuerst, wer da sei. Und wenn es jemand ist, den wir kennen, öffnen wir die Tür gänzlich und bitten ihn, hereinzukommen. Dies ist empfangen. Obwohl wir Jesus nicht von Angesicht zu Angesicht begegnet sind, glauben wir dennoch, dass er alle unsere Sünden annahm, die durch die Taufe im Jordan auf ihn übertragen wurden. Ich danke Gott für diese Wahrheit. Ich mag nicht in der Lage sein, etwaige Darlehensgarantien zu verlängern, aber was ich auf jeden Fall garantieren kann, ist das Wort, dass wir in das Reich Gottes eintreten können. Wenn wir nur an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, dass sie ohne Sünde gemacht wurden, ist an sich Gottes Kinder werden. Dass sie ewiges Leben durch Glauben erhalten, ist die Wahrheit. Der Glaube, der die Segnung des Himmels empfängt, ist der Glaube an das von Gott gegebene Evangelium des Wassers und des Geistes. Dies bedeutet nicht nur zu glauben, dass Jesus alle unsere Sünden durch seine Taufe trug, sondern auch, dass er auf diese Erde kam und ein für alle Mal jede Sünde wegnahm, die sie für den Rest ihres Lebens bis ans Ende der Welt begehen würden. Jesus, an den ich glaube, hat uns auf einmal durch die Annahme der Sünden der Welt ohne Sünde gemacht. Glauben Glaube ist ein schönes Wort, empfangen. Ich nehme die Wahrheit in meinem Herzen an, dass Jesus mein Retter ist. Ich bin nicht besser als jeder andere. Der Grund, warum ich vertrauensvoll sprechen kann und zuweilen sogar stolz bin, ist mein Glaube an das Evangelium des Wassers und des Geistes. Auf alle Fälle hoffe ich, dass sie das Evangelium des Wassers und des Geistes kennen und glauben würden. Es ist nur, wenn wir die Wahrheit des Wassers und des Geistes kennen und daran glauben, dass wir schließlich wiedergeboren werden, ohne Sünde werden und dadurch auch Gottes Kinder werden. Kennen sie und glauben sie die Wahrheit, dass Jesus all ihre Sünden auf sich nahm? Als er im Jordan getauft wurde, Jesus nahm die Verurteilung aller Sünden an, die sie während ihres gesamten Lebens begangen haben und wurde stellvertretend an ihrer Stelle am Kreuz bestraft. Er stand dann in drei Tagen von den Toten wieder auf und sitzt nun zur Rechten des Thrones Gottes des Vaters. Sogar jetzt ist unser Gott lebendig. Johannes 1,9 sagt Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Das Licht ist das Licht Jesu, der die Sünden der Welt durch seine Taufe von Johannes auf sich nahm und am Kreuz starb. Alles, was wir tun müssen, ist nur dieses wahre Licht zu empfangen, das von unserem Herrn scheint. Wir müssen in unseren Herzen die Wahrheit annehmen, dass Jesus als der Erlöser für unser Sünder kam. Wir müssen glauben, dass Jesus alle unsere Sünden durch die Taufe im Jordan trug. Wenn wir glauben, dass er alle Gerechtigkeit Gottes so erfüllte, können wir dann von allen unseren Sünden gerettet werden? In unserem Fleisch sind wir unfähig, an Jesus zu glauben, aber in unseren Herzen können wir die Gerechtigkeit Gottes kennen, an sie glauben und sie dadurch empfangen. Einst waren wir in pechschwarzer Finsternis gewesen, dass diese Finsternis durch das wahre Licht, das in unseren Herzen scheint, beseitigt wird, bedeutet die Entfernung unserer Sünden aus unseren Herzen und durch unseren Glauben an das Wort der Wahrheit. Dieses wahre Licht ist das Wort der Wahrheit, durch das wir aus Wasser und Geist wiedergeboren wurden. Und das wahre Licht gibt uns Licht, weil wir in unseren Herzen an die Taufe, die Jesus von Johannes empfing und seinem Blutvergießen am Kreuz geglaubt und angenommen hat. Es ist für den Menschen bestimmt, einmal geboren zu werden und einmal zu sterben. Die Bibel sagt uns, dass unser Leben 70 Jahre und wenn es hochkommt, 80 Jahre dauern wird. Psalm 90, 10 Jeder Mensch geht durch Prüfungen des Lebens und muss am Ende vor dem Herrn stehen. Wie erbärmlich wäre es, wenn wir sterben würden, ohne die Wahrheit des Evangeliums, des Wassers und des Geistes zu kennen. Selbst wenn wir über 80 Jahre alt werden, müssen wir alle irgendwann einmal sterben. Aber wir hören nicht einfach auf, zu existieren, nachdem wir gestorben sind. Das Gericht folgt unserem Tod. Ob wir im Himmel willkommen geheißen oder in die Hölle geworfen werden, hängt davon ab, ob wir den Glauben haben, der an das Wasser und das Blut Jesu Christi glaubt. Während wir noch auf dieser Erde leben, müssen wir daher den Segen des Glaubens an die Taufe Jesu empfangen und sie in unserem Herzen annehmen. Einige Leute sagen, ich bin nicht jemand, der an Jesus glauben kann. Warum? Weil ich als natürlicher Sünder geboren wurde, dessen Neigung zur Sünde grenzenlos ist. Aber auch diese Leute brauchen sich keine Sorgen zu machen. Auch ihre Sünden wurden alle auf Jesus durch seinen Taufe und sein Blut übertragen. Und deshalb ist das Einzige, was sie tun müssen, ihm alles anzuvertrauen, indem sie an dieses Wort glauben. Ich bitte sie, all ihre Schwächen und Fehler ihres Herzens, die sie niemals aus ihrem eigenen kontrollieren können, zu den Füßen Gottes zu lassen. Denn nur wenn sie vertrauensvoll ihre Sünden ihm übergeben, unseren Herrn, der der allmächtige Gott ist, sind alle ihre Probleme der Sünde bereits durch seine Taufe und das Blut gelöst. Während wir in dieser Welt leben, müssen wir alle Zeit an das Evangelium des Wassers und des Geistes in unseren Herzen glauben. Wir müssen mit unserem Glauben leben, der immer bereit ist, in den Himmel einzutreten. Wenn wir an das von Jesus gegebene Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, dann werden wir wiedergeboren. Wenn sie dies tun, sollten sie erkennen, dass sich die Segnungen Gottes in der Welt durch nichts anderes als durch sie selbst verbreiten werden. Wenn wir an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, das von Gott gegeben wurde, dann schützt er uns. Wir müssen Jesus empfangen, indem wir glauben, dass er unser Retter geworden ist. Und lassen sie uns auch ihm dafür danken, dass er unser Retter ist. Wir müssen Jesus kennen und an ihn glauben, der sowohl göttlich und menschlich ist. Johannes 1,14 Die Apostel glaubten an den Sohn Gottes, unseren Herrn als Erlöser. Der Name Jesus bedeutet der Retter und der Name Christus bedeutet der Gesalbte. Dies bedeutet, dass Jesus seine Rolle als Prophet erfüllte, dass er der König der Könige ist und daher auch die Rolle des Hohepriester des Himmelreichs erfüllte. Zuallererst gibt das Alte Testament eindeutig an, dass der kommende Christus Gott selbst ist. Eine repräsentative Passage davon findet sich in Jesaja 9,5, in der es heißt, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seine Schultern. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friede führst. Darüber hinaus Zeugt das eigene Wort unseres Herrn von dieser Wahrheit. Um nur einige Beispiele zu nennen, heißt es in Matthäus 5,17, Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Niemand außer der Erlöser Gott selbst kann das Gesetz erfüllen. In Matthäus 9,6 sagt Jesus auch, damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat auf Erden, die Sünden zu vergeben. Paulus sagte in Philippa 2,5-6, Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, gottgleich zu sein. Und in Kolosser 2,9 sagt er, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Vor allem die Zeichen, die Jesus auf dieser Erde tat, zeigen uns deutlich, dass er Gott ist. Mit nur fünf Broten und zwei Fischen speiste er über 5000 Menschen, Frauen und Kinder, nicht eingerechnet. Bei einem anderen Anlass speiste er 4000 Menschen mit nur sieben Broten und zwei Fischen. Jesus stillte auch den Wind durch seine Zurechtweisung. Er ging auf dem Wasser und rettete Petrus, der im Wasser sank. Matthäus 11,5 heißt es, Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf. Alle diese Dinge können nicht von bloßen, Sterblichen getan werden, sondern nur von Gott. So ist Christus eindeutig, der lebendige Gott und der Retter. Was ist die Bedeutung der Taufe von Jesus? Matthäus 3,13-17 Wir müssen glauben, dass Jesus die Sünden der Welt auf sich genommen hat, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde. Matthäus 3,15 Diese Taufe, die Jesus von Johannes dem Täufer empfing, war, um alle Sünden und Missetaten der Sünder dieser Welt zu tragen. Um diese Wahrheit zu erkennen, müssen wir zuerst die Bedeutung des Wortes so verstehen. Dieses Wort so ist auf Griechisch Hootos und bedeutet erstens nur auf diese Weise, zweitens am passendsten und drittens es gibt keinen anderen Weg als diesen. Mit anderen Worten, als es auf diese Erde kam, musste er getauft werden, um die auf ihn übertragenen Missetaten der Sünder aufzunehmen. Wenn wir nicht so glauben, können unsere Sünden nicht ausgelöscht werden. Es gibt einige Menschen, die die Taufe von Jesus missverstanden haben und fälschlicherweise denken, dass er getauft wurde, um uns seine Demut zu zeigen. Dies ist jedoch nicht der Fall. Das Wort der Taufe Jesu durch Johannes bezeugt eindeutig die Wahrheit, dass er so getauft wurde, um alle Sünden dieser Welt auf sich zu nehmen. Jesus konnte der Retter derer werden, die an ihn glauben, weil er, als er auf diese Erde kam, alle Sünden der Welt in einer einzigen Instanz auf sein Leib annahm, die durch seine Taufe durch Johannes ein für alle Mal übertragen wurden. Wir können das Wort dieser Wahrheit von Jesus' Taufe nicht verbergen. Warum? Denn das ist, was Satan für Sünder will, sie handlungsunfähig machen, damit sie nicht in der Lage sind, das Wort der Taufe Jesu, den wichtigsten Aspekt für die Vergebung der Sünde der Menschheit, zu kennen und an sie zu glauben. Die Taufe Jesu und das Blut am Kreuz. Die Taufe, die Jesus von Johannes empfing, ist das Werk der Erlösung, durch das er die Sünden der Menschheit auf sich genommen hat. 1. Johannes 5, 4-6 sagt uns, dass Jesus' Taufe notwendig für unsere Erlösung ist. Der Grund, warum Jesus von Johannes im Jordan getauft wurde, ist folgender. Dass Jesus von Johannes getauft wurde, bedeutet, dass er alle Gerechtigkeit Gottes erfüllte. Das heißt, Jesus hat alle Sünden der Welt angenommen, die auf ihn übergegangen sind. Als Jesus getauft wurde, erzählt uns sein Eintauchen ins Wasser von seinem Tod und sein Auftauchen aus dem Wasser von seiner Auferstehung. Jesu Taufe entspricht dem Wort des Alten Testaments in 3. Mose 16, wo Opfergaben die Sünden des Volkes Israel mit dem Auflegen der Hände annahmen. Dieses Geschehen hatte den gleichen Grund wie die Taufe Jesu durch Johannes den Täufer. Aus demselben Grund gebot Jesus Johannes, du sollst mich taufen, lass es so sein. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Er sagt, von dir getauft zu werden, mich taufen zu lassen, ist gebührend, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Was ist es, was jeder in dieser Welt begehrt und am meisten wünscht? Es ist, ohne Sünde im Herzen zu sein, mit anderen Worten Kinder Gottes zu werden. Die Bibel sagt uns, dass wir, um so zu werden, an das Wort glauben müssen, dass Jesus all unsere Sünden und Missetaten durch die Taufe und dem Blutvergießen am Kreuz auslöschte. Und sie sagt uns auch, dass wir, wenn wir so glauben, die Gerechtigkeit Gottes empfangen können. Was also ist alle Gerechtigkeit Gottes? Es ist das Wort, das uns sagt, dass als Jesus in dieser Welt von Johannes getauft wurde, die Missetaten von allen Sündern verschwanden und sie auf den Leib Jesu übertragen wurden. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen, alle Sünder gerecht machen. Jesus sagte Johannes mit anderen Worten, dass es durch die Taufe durch Johannes ist, dass er alle Gerechtigkeit Gottes erfüllen würde. Um die Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen, musste Jesus getauft werden und dabei alle Sünden und Übertretungen der Sünder annehmen, die auf ihn übertragen wurden. Was wir unsererseits tun müssen, ist an die Taufe zu glauben, die Jesus empfing. Jesus kam, um alle Sünden und Missetaten der Sünder verschwinden zu lassen. Aber diejenigen, die nicht an die Wahrheit glauben, sind an ihren ewigen Sünden für immer gebunden und können ihnen nicht entfliehen. Es gibt keinen anderen Weg in der Bibel, durch den Sünder von allen Sünden der Welt gerettet werden können, sondern allein durch den Glauben an die Taufe von Jesus und das Blut am Kreuz, das im Wort Gottes geschrieben steht. Trotzdem gibt es immer noch viele gegensätzliche Meinungen darüber, mit welcher Methode Jesus Christus die Missetaten der Sünder ausgelöscht hat. Einige Leute sagen, dass das Wort der Erlösung von der Sünde nur das Wort vom Blut am Kreuz ist. Aber das Wort Gottes, das in der Heiligen Schrift geschrieben steht, sagt uns, dass das Wort der Taufe Jesu passend für ihn ist, alle Sünden und Missetaten verschwinden zu lassen, denn Jesus wurde einmal getauft und starb ein für alle Mal am Kreuz. Es gibt andere, die fragen, gibt es keine andere Methode als diese, dass Jesus auf einmal die Sünden der Welt durch die Taufe und sein Blutvergießen reinigte? Aber unser Herr, der uns eindeutig gesagt, dass die Erlösung der Sünder nur aus seiner eigenen Vorsehung kommt und dass sie weit entfernt von uns ist. Wenn wir das Wort in Frage stellen oder tadeln, wie Jesus beschlossen hat, die Sünder zu retten, es gibt ein Sprichwort, ein schmeichelnder Hausierer tut, was ihm gefällt, wenn es um Gottes Erlösung der Sünder von all ihren Sünden geht und er uns sagt, dass er sie durch diese Methode gerettet hat, das heißt durch die Taufe, Jesus, durch Johannes und seine Kreuzigung, dann ist alles, was wir tun, können einfach an das zu glauben, was er uns sagt, wie es ist. Wer kann dann Einwände gegen das Wort Gottes haben. Menschen mögen sich weigern an das Wort des Empfangs der Taufe Jesu durch Johannes und das Blut am Kreuz zu glauben und sie mögen ablehnen, was Gott ihnen gesagt hat, aber sie werden zweifellos nicht in der Lage sein, die Hölle zu vermeiden. Predigt über den Heiligen Sohn 2 Was bedeuten das Auflegen der Hände des Alten Testaments und die Taufe des Neuen Testaments? 3. Mose 1 3-4 Will er ein Brandopfer darbringen von Rindern, so opfere er ein männliches Tier, das ohne Fehler ist, vor der Tür der Stiftshütte, damit es ihn wohlgefällig mache vor dem Herrn und lege seine Hand auf den Kopf des Brandopfers, damit es ihn wohlgefällig mache und für ihn Sühne schaffe. Das Alte Testament sagt uns, dass als das Volk Israel seine Opfer der Vergebung der Sünden an Gott gab, sie darauf achten mussten, ein makelloses Tier zu bringen und seine Hände auf den Kopf zu legen und es steht auch geschrieben, dass wenn die Priester es in ihrem Namen töteten, sein Blut abließen, das Blut auf die Hörner des Brandopferaltar legten und den Rest auf den Boden gossen, die dann die Vergebung der Sünden eines Tageswertes erhielten. Andererseits, um die Vergebung der Sünden eines Jahreswertes zu erhalten, heißt es in 3. Mose 16,6-10 und Aaron soll einen Stier, sein Sündopfer, darbringen, dass er für sich und sein Haus Sühne schaffe und danach zwei Böcke nehmen und vor den Herrn stellen an der Tür der Stiftshütte und soll das Los werfen über die zwei Böcke, ein Los dem Herrn und das andere dem Azazael und soll den Bock, auf welchen das Los für den Herrn fällt, opfern zum Sündopfer. Aber den Bock, auf welchen das Los für Azazael fällt, soll er lebendig vor den Herrn stellen, dass er über ihm Sühne vollziehe und ihn zu Azazael in die Wüste schicke. In der Bibel, dieser Bock wurde in der Wüste verlassen, darüber hinaus heißt es im 3. Mose 16,29, Auch soll euch dies eine ewige Ordnung sein, am 10. Tage des 7. Monats sollt ihr fasten und keine Arbeit tun, weder ein Einheimischer noch ein Fremdling unter euch. Wie wurde dem Volk Israel ein Jahreswert an Sünden auf einmal vergeben? Zuerst brauchten sie den Hohepriester, wie in der obigen Passage erwähnt, der derzeit Aaron war. Um einen Jahreswert der Sünden der Israeliten auf den Bock zu übertragen, war es absolut erforderlich, den Hohepriester zu haben? Wer also war der Priester, der die Israeliten vertrat? Es war kein anderer als Aaron. Gott legte Aaron und seine Nachkommen als Hohepriester fest. Aaron brachte einen Stier in den Hof der Stiftshütte, gab seine Sünden darauf weiter, indem er zuerst seine Hände auf dem Kopf legte, um für sich und sein Haus Sühne zu schaffen. Durchtrennte die Kehle, ließ das Blut ab und nahm etwas von dem Blut vom Stier und sprengte es mit dem Finger gegen den Gnadenthron an der Ostseite. Und vor den Gnadenthron sprengte er das Blut siebenmal mit seinem Finger. So erhielten Aaron und sein Haus zuerst die Vergebung der Sünde. Sühne von der Sünde konnte nur durch das Auflegen seiner Hände auf das Opfertier erreicht werden. Der stellvertretende Tod dieses Opfertieres ist Sühne. Die Sündigen müssen wegen ihrer eigenen Sünden sterben, aber wenn sie ihre Sünden auf die Opfergabe übertragen, indem sie ihre Hände auf den Kopf legen, dann musste das Tier an ihrer Stelle getötet werden. Dies ist, wie dem Hohepriester und seinem Haus zuerst ihre Sünden erlassen wurden. Nach diesem Tun trat er allein in die Stiftshütte und bot einen der beiden Böcke Gott an, indem er seine Hände auf den Kopf des Bockes legte und ihn tötete, um das Blut zu nehmen. Im Namen des Volkes Israel legte er dann seine Hände in seiner Gegenwart auf den anderen Bock und gab damit seine Sünden weiter an den Bock. Der Hohepriester legte seine Hände auf den Kopf des Bockes und betete O Herr das Volk Israel hat kein Gesetz gebrochen vom ersten bis zum letzten deiner zehn Gebote und alle 613 Artikel des Gesetzes Herr alle diese Stämme sind Sünder vor dir geworden ich übertrage deshalb durch das Auflegen meiner Hände alle Sünden auf den Opfer Bock dann schnitt er die Kehle des Bockes durch ließ das Blut ab und nahm dieses Blut ins Allerheiligste wo es ihm erlaubt war nur einmal jährlich einzutreten dann musste er es geben den Gnadenthron springen und vor dem Gnadenthron siebenmal 3. Mose 16 15 Die Bundeslade war im Allerheiligsten platziert der Deckel der Bundeslade wurde Gnadenthron genannt und wenn dieser Deckel entfernt wurde sah man zwei Steintafeln mit den Zehn geboten den goldenen Krug der Manna enthielt und Aarons Stab der in der Bundeslade knospte Aarons Stab der knospte bezieht sich auf die Auferstehung die zwei Steintafeln des Gesetzes beziehen sich auf die Gerechtigkeit Gottes und der goldene Krug der Manna enthielt bezieht sich auf das Wort Gottes des Lebens oben auf der Bundeslade wurde ein Deckel platziert der als Gnadenthron bezeichnet wurde das Blut des Opfers wurde siebenmal vor dem Deckel gesprengt da Schellen aus Gold am Saum des Obergewandes des Hohepriesters befestigt waren läuteten die Schellen jedes Mal wenn er das Blut in Usop gesprengte wie 3. Mose 16 14 erklärt und soll etwas vom Blut des Stieres nehmen und es mit seinem Finger gegen den Gnadenthron sprengen vor den Gnadenthron aber soll er siebenmal mit seinem Finger von dem Blut sprengen jedes Mal wenn der Hohepriester das Blut sprengte läuteten die Schellen und außerhalb der Stiftshütte hörten alle die Israeliten den Klang der Schellen denn alle Sünden des Volkes Israel konnten nur ausgelöscht werden wenn der Hohepriester in seinem Namen das Opfer anbot so war für das Volk Israel das Erklingen der Schellen aus dem Allerheiligsten der selige Klang des Evangeliums der ihnen sagte dass seine Sünden alle ausgelöscht sind als sie das Läuten der Schellen siebenmal hörten sagten sie sich ich bin jetzt frei ich war mit all den Sünden belastet die ich im Laufe eines Jahres angesammelt habe aber jetzt wurde diese Last aufgehoben an diesem Versöhnungstag gewann das Volk Israel seine Freiheit von allen Sünden und kehrte dann in Freude in seinen Alltag zurück in der Gegenwart ist dieser Klang der Schellen nicht anders als der Klang des Segens der es uns ermöglicht aus Wasser und Geist wiedergeboren zu sein Sünden auf einmal wegblasen kann wir wurden durch das Hören mit unseren Ohren mit Glauben in unserem Herzen und Bekennen mit unserem Mund unseren Glauben an das Wort Gottes das Evangelium des Wassers und des Geistes gerettet das Evangelium der Vergebung der Sünden ermöglicht es uns aus Wasser und Geist von Neuem geboren zu werden 3. Mose 16 21 bis 22 heißt es Dann soll Aaron seine beiden Hände auf dessen Kopf legen und über ihm bekennen alle Missetat der Israeliten und alle ihre Übertretungen mit denen sie sich versündigt haben und soll sie den Bock auf den Kopf legen und ihn durch einen Mann der bereit steht in die Wüste bringen lassen dass also der Bock alle ihre Missetat auf sich nehme und in die Weltnis trage und man lasse ihn in dass so alle Sünden der Israeliten durch das Auflegen der Hände übertragen bekam und diese Sünden auf sich selbst trug wurde in die Sandwüste geschickt wo es schließlich starb dies war die Vergebung der Sünde des Alten Testaments es steht in Jeremia 17 1 geschrieben dass jedermanns Sünden an zwei Orten vor Gott aufgeschrieben sind eines ist Gottes Buch das Gerichts und das andere sollten unsere Sünden sowohl in Gottes Büchern des Gerichts als auch in unserem eigenen Gewissen gelöscht werden wir müssen diese Vergebung der Sünde auch erhalten indem wir vor Gott gerecht glauben deshalb führte der Hohepriesters Ritual des Sündopfers durch das für alle Sünden des Volkes Israel sühnte indem er seine Hände auf den Kopf des Bockes in seiner Gegenwart legte um zu zeigen mit anderen Worten dass in der Tat alle ihre Sünden auf den Bock weitergegeben wurden wenn Menschen diese gute Nachricht des Evangeliums hören erkennen einige Menschen sie schnell während andere sie langsam verstehen diejenigen die sagen sobald sie hören ich war mit Sünde gewesen aber meine Sünden wurden auf den Bock übertragen so hat nun der Bock diese Sünden sind diejenigen deren Realisierung schnell ist wenn unsere Sünden auf die Opfergabe übertragen werden dann sind wir ohne Sünde wie einfach ist das sobald man das erkennt ist die Wahrheit einfach zu verstehen als der Bock aus den Augen des Mannes verschwand der ihn in die Wüste brachte dann schweifte er in der Wüste umher die weder Vegetation noch Wasser hatte und starb letztendlich mit den Sünden aller Israeliten beladen auf diese Weise wurde das gerechte Gesetz Gottes der Sünde sollt ist der Tod erfüllt Gott mit anderen Worten rettete die Nation Israel durch das Opfer des Bockes die Opfergabe ihnen zuliebe Gott übertrug alle Sünden die alle Israeliten über ein Jahr angesammelt hatten auf den Bock und rettete sie dadurch im Neuen Testament hat Jesus uns die Erlösung durch die Taufe und Kreuzigung gegeben Matthäus 3 15 17 1. Petrus 3 21 Predigt über den heiligen Sohn 3 Warum starb Christus stellvertretend für viele? Es war, weil Jesus von Johannes getauft wurde, durch den er die Sünden der Welt annahm, die auf ihn übergegangen waren. In Matthäus 3 15 sehen wir Jesus Annahme der Sünden der Welt auf sich durch den Empfang seiner Taufe von Johannes Der Grund, warum Jesus von Johannes getauft wurde, war, weil er die Sünden der Welt durch die Taufe zu schultern hatte. Denn es war Gottes eigener Wunsch, wie in Jesaja 53 10 erklärt, so wollte ihn der Herr zerschlagen, demnach war es Gottes Absicht Christus zu senden, um ihn zu zerschlagen, weil er unsere Sünden und Tod trug. Als der Apostel Johannes diese Liebe erkannte, sagte er, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern, dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. 1. Johannes 4 10 Im Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes verwarf Christus daher sofort den komfortablen Weg, seine Majestät und Macht zu nehmen, zu der er mehr als befähigt war, und zögerte aus dem Wege zu gehen. Anders gesagt, weil er alle Sünden der Welt durch die Taufe angenommen hatte, konnte er für uns sterben, die wie Schafe vom Weg abgekommen sind, und hat uns dadurch einen neuen und lebendigen Weg aufgetan. Hebräer 10 20 Jesus mit anderen Worten musste seine Taufe durch Johannes annehmen, um die Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen, unabhängig davon, ob die Menschen sie dies war genau der Wunsch des Vaters, das ist, warum er dem verfluchten und schrecklichen Tod am Kreuz gegenüber stand, weil sein Leiden der Wille Gottes war, blieb er völlig still, selbst als er litt, wie es in Jesaja 53 7 heißt, als er gematert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf, so schwierig er, obwohl er fälschlicherweise beschuldigt, hart geschlagen und ins Angesicht gespuckt wurde, weil er die Sünden der Menschheit angenommen hatte, die durch seine Taufe von Johannes auf ihn übergegangen waren, nicht allein das, sondern darüber hinaus, weil es der Wille des Vaters für ihn war, getauft zu werden und zu sterben, starb er um derer Willen die Glauben. Erst nachdem er von Johannes im Alter von 30 Jahren getauft wurde und damit die Sünden der Welt auf sich genommen hatte, wurde unser Herr im Alter von 33 Jahren gekreuzigt und vergoss sein Blut. Dann ist er von den Toten auferstanden und zum ewigen Retter für diejenigen von uns geworden, die an diese Wahrheit Glauben. Predigt über den heiligen Sohn 4 Wir müssen fest an die Auferstehung von Jesus glauben. Die Apostel bekräftigten ihren Glauben an die Auferstehung Jesu mit dem Bekenntnis des apostolischen Glaubens Bekenntnisses. Am dritten Tag auferstanden von den Toten. Apostelgeschichte 1-3 sagt, ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Der Passus nach seinem Leiden bezieht sich auf den vollständigen Tod Christi. Es gibt viele Beweise, die uns zeigen, dass Christus vollständig gestorben ist, aber insbesondere in Johannes 19 34 heißt, sondern einer der Soldaten stieß mit dem Speer in seine Seite und zugleich kam Blut und Wasser heraus. Die Tatsache, dass Jesus zu überall anerkannt. Diese Bestrafung der Kreuzigung, eine Verurteilung, die die Römer Fremden auferlegten, war eine grausame Strafe für politische Rebellen und Sklaven. Vor dem Aufstieg des Römischen Reiches war die Kreuzigung in der Regel ein Hängen an Händen und Füßen am Kreuz. Und dann tötete sie die Person, indem sie mit einem Speer die Brust durchbohrten. Aber die römische Version der Kreuzigung war eine Bestrafung, wo die Hände und Füße eines Gefangenen ans Kreuz genagelt wurden, anstatt zu binden und man ihn hängen ließ, um ihn einen langsamen Tod sterben zu lassen. Als solches verging eine beträchtliche Zeit für den zum Tode Verurteilten, in der Regel drei bis vier Tage. Aber manchmal sogar eine Woche, wird gesagt. Wir können uns nicht einmal ansatzweise vorstellen, wie schmerzhaft es gewesen sein muss, so bestraft zu werden, angenagelt zu werden, zu bluten, unerträglich Durst zu leiden, unerbittlich der Sonne ausgesetzt zu sein und von Aasgeiern umkreist zu werden. Das Urteil wurde gemacht, damit sie bis zum letzten Moment des Todes leiden. Wegen der extremen Grausamkeit dieser Bestrafung hat der Kaiser Konstantin, so heißt es, diese spezielle Form der Bestrafung beseitigt. Was dann erklärt die Tatsache, dass Jesus in nur sechs Stunden gestorben war? Wie oben erwähnt, als einer der Soldaten mit dem Speer in seine Seite stieß, kamen Blut und Wasser heraus. Das zeigt, dass Jesus starb so schnell, weil er großen Herzschmerz für die Sünder litt, dass es buchstäblich brach und zersprang. Mit anderen Worten, er starb an einem gebrochenen Herzen. Am dritten Tag nach seinem Tod stand Jesus in einem vollkommenen Leib wieder auf. Merkwürdig ist, dass einige Menschen trotzdem zögern, an den auferstandenen Jesus zu glauben, obwohl sie zugeben, seinen Tod anzuerkennen. Dies kann nur als ein Berg des Teufels bezeichnet werden, der Versuch, die Menschheit daran zu hindern, diese Wahrheit zu glauben. Wie es in Lukas 8,12 heißt, die aber auf dem Weg, das sind die, die es hören, danach kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. Um die Wahrheit der Auferstehung Jesu zu leugnen, befürwortet der Teufel daher, durch ungläubige, verweltlichte, gelehrte, falsche Hypothesen, wie die Scheintod- Hypothese, die geistige Auferstehung Hypothese, die Halluzination Hypothese, die Manipulations Hypothese, die Hypothese des gestohlenen Körpers und andere. Aber die Wahrheit der Auferstehung Jesu hat viele definitive Beweise einschließlich Apostelgeschichte 1,3. Die Tatsache, dass Jesus sich lebendige präsentierte, ist der Beweis Apostelgeschichte 1,3 sagt uns, dass Jesus sich seinen Jüngern und durch viele unfehlbare Beweise lebendig präsentierte, egal was Leute sagen. Wenn unser Herr selbst erklärt, lebendig zu sein, dann gibt es keinen Grund für einen Disput. Jesus hatte befreite Macht über Leben und Tod, wie es in Johannes 10, 17-18 heißt. Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, dass ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wieder zu nehmen. Dies Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. In Offenbarung 1,18 sagt Jesus auch, Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Unser Herr hat die Macht, von den Toten aufzuerstehen und wieder zu leben, denn er ist der allmächtige Gott und ein vollkommener Mensch gleichzeitig. Der Sünde sollt, wie uns Römer 6,23 sagt, ist der Tod, dies ist das unveränderliche gerechte Gesetz Gottes. So kümmerte sich Jesus um die Sünden der Welt und löschte die durch seine Taufe und das Blut aus. Weil er alle Sünden der Welt verschwinden ließ, ist er wieder von den Toten auferstanden und ist der Gott derer geworden, die an ihn glauben. Dies ist, wie das gerechte Gesetz Gottes festgelegt ist. Dass sein Grab leer war, ist der Beweis. Matthäus 27,57 bis 66 sagt uns, dass ein reicher Mann aus Arimit Matthäa namens Josef den Toten Leib Jesu in ein aus Felsen gehauenes Grab gelegt hat und dass er das Grab versiegelt hat, indem er einen großen Stein vor die Tür wälzte. Die Passage sagt uns auch, dass das Grab von einem Wächter bewacht um das Grab zu sichern. Aber das Grab wurde leer, als der Herr mit seiner Macht von den Toten auferstand und aus seinem Grab kam. Lukas 24,3 sagt und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Was sonst kann der Beweis seiner Auferstehung sein? Jesus ist eine große historische Persönlichkeit. Einer der Beweise ist die chronologische Verwendung von Anno Domini. Was im Jahr unseres Herrn bedeutet. Mit anderen Worten, Jahre und Monate wurden basierend auf dem Tag seines Kommens festgelegt. Er ist der Herr der Geschichte, Schöpfung und Rettung. Wenn er nicht in der Lage gewesen wäre, von den Toten auf zu erstehen, wäre sein Grab als großes historisches Wahrzeichen geschlossen geblieben. Die Gräber von großen Persönlichkeiten der Geschichte sind immer noch Orte von großem Interesse. Zum Beispiel befindet sich Konfuzius Grab in China, das Grab von Buddha in Indien und das von Mohammed in Mekka, Saudi Arabien. Wenn Christus nicht von den Toten auferstanden wäre, dann würde sein Grab wie das ihre verschlossen bleiben, aber weil er am dritten Tage auferstanden ist, wurden sein Grab geöffnet, dies ist Glaube an unseren Herrn, dem einen und einzigen Gott. Dass er gegessen hat, nachdem er von den Toten auferstanden ist, ist der Beweis. Geister essen nicht, aber der auferstandene Herr aß. In Lukas 24 40 bis 43 heißt es, und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und Füße. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen? Und sie legten ihm einen gebratenen Fisch vor. Und er nahm und aß vor ihnen. Apostelgeschichte 10 40 bis 41 bezeugt auch, den hat Gott auferweckt am dritten Tag und hat ihn erscheinen lassen, nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er auferstanden war von den Toten. Das Jesus aß liefert uns den eindeutigen Beweis In 1. Korinther 15 3 bis 4 bezeugt auch Paulus, denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift. Die Bibel ist das inspirierte Wort Gottes mit absoluter Autorität, zu dem weder etwas hinzugefügt noch starb Jesus und stand wieder auf um die Zeit des Todes. Jesu hatten seine Jünger vor Angst gezittert, aber nachdem sie von seiner Auferstehung überzeugt waren, verkündigten sie mutig die Tatsache, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Wie uns die Apostelgeschichte 4 18 bis 20 sagt, und sie riefen sie und geboten ihnen keinesfalls zu reden oder zu lehren in dem Namen Jesu. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, urteilt selbst, ob es vor Gott Recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Petrus und andere Apostel antworteten auch, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apostelgeschichte 5 29 Obwohl die Jünger vor dem Tod Jesu gezittert hatten, wurden sie, sobald sie den Lebendigen Jesu sahen, mutig. Von da an bis in die Gegenwart der Grund ist, warum die Heiligen das Evangelium verbreiten, sogar wenn sie wegen Christus verfolgt werden und bereit sind, dafür zu sterben, weil sie die Gewissheit der Auferstehung Christi haben, sowie die Zusicherung ihrer eigenen Auferstehung. Jesus Auferstehung ist der Auftakt zu unserer eigenen Auferstehung. Im 1. Korinther 15 20 wird gesagt, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. So zentrieren sich die Sendschreiben des Paulus zunächst alle auf die Wahrheit der Auferstehung von Jesus Christus und dann auf die Botschaft, dass diese Auferstehung uns auch unsere eigene Auferstehung bringt. Predigt über den Heiligen der Beweis, dass Jesus gen Himmel fuhr. Die Bibel, durch die Eingebung des Heiligen Geistes aufgezeichnet, zeugt von dieser Wahrheit. Apostelgeschichte 1, 1-2 bezeugt die Himmelfahrt Jesu Christi. Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, hatte. Das Christentum ist keine theoretische getriebene Religion, sondern sie ist die reale Wahrheit. Die Bibel ist somit maßgebend. Insbesondere ist das Evangelium nach Lukas nicht ein Produkt der subjektiven und oberflächlichen Kenntnisse des Arztes Lukas, sondern ist die lebendige Aufzeichnung, die er durch den Heiligen Geist von Jesu wirken schrieb, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde. Wenn wir uns auf historische Dokumente von Normalsterblichen verlassen können, wie können wir nicht an die Bibel glauben, die durch die Eingebung des Heiligen Geistes, der Gott selbst ist, geschrieben wurde, die obige Passage bezeugt, dass Jesus in den Himmel vor der Anwesenheit von vielen aufgefahren war, die dies mit eigenen Augen sahen. Apostelgeschichte 1, 9 sagt, und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. 1. Korinther 15, 6 sagt auch, danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Da Jesus' Auferstehung von über 500 Heiligen bezeugt wurde, ist seine Himmelfahrt die unbestreitbare Realität. Und dies wurde geschrieben, als die meisten von denen, die es erlebten, noch am Leben waren. Dass Jesus wieder in den unendlichen Bereich aus dem endlichen Bereich zurückkehrte, zeugte von seiner Himmelfahrt. Wir müssen als selbstverständlich glauben, dass der unendliche Herr verkörpert im Fleisch eines Sterblichen auf diese endliche Welt kam, unsere Sünden durch die Taufe auf sich nahmen, gekreuzigt wurde, durch seine Macht von den Toten auferstanden ist und wie die Herrlichkeit seiner Auferstehung den Himmel fuhr und zum Unendlichen aus dem Endlichen zurückzukehren. Wenn wir, die Heiligen, nachdem wir eine Weile auf dieser Erde verwalten, in den Himmel zurückkehren, dann gibt es nichts Ungewöhnliches daran, sondern es ist ganz selbstverständlich. Ebenso gibt es nichts Ungewöhnliches an der Tatsache, dass Christus, der vom Himmel kam, eine Weile auf der Erde blieb und dann wieder in den Himmel aufstieg, sondern es ist nur eine Selbstverständlichkeit. Unser Herr sagte daher zu Nikodemus, dem er die Grundsätze des Himmels erklärte, aber nicht verstand, wie das folgende, Bist Bist du Israels Lehrer und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben. Ihr aber nehmt unser Zeugnis nicht an, glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage, und niemand ist gern Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschen Sohn, Johannes 3, 10-13. Dass Jesus vor vielen Zeugen in den Himmel auffuhr, bezeugt die Wahrheit. In Apostelgeschichte 1,10 heißt es, und als sie ihm nachsahen, wie er gern Himmel fuhr, der Passus hier, sie ihm nachsahen, bedeutet, dass sie sehr genau zum Himmel schauten, mit anderen Worten, es zeigt, dass des Herrn Himmelfahrt vor den Augen der Jünger über einen gewissen Zeitraum stand fand. Anders ausgedrückt, diese Erfahrung der Jünger war nicht nur augenblicklich, sondern lieferte klare und detaillierte Beweise, dass die Jünger ihm nachsahen. Bedeutet, dass sie die Himmelfahrt Jesu eine beträchtliche Zeit lang betrachteten. Jesu Himmelfahrt war kein augenblickliches und sofortiges Ereignis wie ein Sternschnuppe oder Aufwellung der Nachthimmels, sondern sie war ein konkretes und gewisses Ereignis. So ist das Christentum das Zeugnis der realen Wahrheit. Zwei Engel bezeugten. In der zweiten Hälfte von Apostelgeschichte 1,10 steht, geschrieben, da standen zwei Männer in weißen Gewändern, diese zwei Männer hier beziehen sich eindeutig auf Engel. Die weißen Gewänder symbolisieren Reinheit und Ehre, sowohl das Alte auch das Neue Testament bezeugen gleichermaßen, dass Engel sich immer in Gestalt von Menschen manifestieren. Matthäus 28,3 Lukas 24,4 Apostelgeschichte 10,30 1. Mose 18,2 und 19,1 und Offenbarung 21,17 Engel sind übernatürliche Wesen, die ohne Sünde sind. So pflanzt ihr Zeugnis die Wahrheit in unsere Herzen, so erfrischend wie das klare Wasser eines Flusses. Unser Herr, der auf die gleiche Weise wie seine Himmelfahrt wiederkommen wird. Apostelgeschichte 1,11 sagt, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Nach des Herrn Himmelfahrt starrten die 500 versammelten Brüder, die Zeuge der Himmelfahrt waren, traurig in den leeren Himmel. Da Christus aus ihren Augen verschwunden war, um ihnen Trost, Mut und Hoffnung zu geben, sagten die beiden Engel, dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Die Formulierung wird so bedeutet, dass so wie er in den Himmel von Ölberg aufgefahren war, die Rückkehr des Herrn wieder auf dem Ölberg sein wird. Zacharia 14, 4 Und er versprach, dass er zu dieser Zeit nicht in Demut kommen wird, wie er beim ersten Mal kam, sondern er wird in den Wolken in Herrlichkeit kommen. Deshalb können die Gerechten auf ihn in Hoffnung warten und sagen, ja, komm, Herr Jesus. Offenbarung 22, 20 Predigt über den Heiligen Sohn 6 Der Herr wird als der Herr des Gerichts zurückkehren. Offenbarung 20 11 bis 15 Und ich sah einen großen weißen Thron und den der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde keine Stätte für sie gefunden und ich sah die Toten groß und klein stehen vor dem Thron und Bücher wurden aufgetan und ein anderes Buch wurde aufgetan welches ist das Buch des Lebens und die Toten wurden gerichtet nach dem was in den Büchern geschrieben steht nach ihren Werken und das Meer gab die Toten heraus die darin waren und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus die darin waren sie wurden gerichtet ein jeder nach seinen Werken und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Fuhl das ist der zweite Tod der feurige Fuhl und wenn jemand nicht gefunden wurde geschrieben in dem Buch des Lebens der wurde geworfen in den feurigen Fuhl diese Welt wird vom Herrn für ihre Sünden gerichtet werden insbesondere müssen wir der Tatsache aufmerksam schenken dass der Herr selbst der Vollstrecker des jüngsten Gerichts sein wird so bekennt das apostolische Glaubens Bekenntnis ich ich glaube an aufgefahren in den Himmel er sitzt zur rechten Gottes des allmächtigen Vaters von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten wenn es in allen Dingen einen Anfang gibt muss es ein Ende geben als Gott selbst in Jesus sowohl der Schöpfer als auch der Richter weil der Herr der Retter der Menschheit ist ist er auch der Richter er ist der seine Zeit unter dem Himmel hat wie Prediger 3 1 sagt ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde und Apostel 17 31 sagt denn er hat einen Tag fest gesetzt an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch einen Mann den er dazu bestimmt hat so wird Gott mit Sicherheit die Sünden der Menschheit richten der Maßstab dieses Urteils wird sein ob man an das Evangelium des Wassers und des Geistes geglaubt hat oder nicht und jeder wird anhand dieses Kriteriums beurteilt werden die Zeit des Gerichts der Tag des Gerichts wird kommen wenn Gott das Evangelium des Wassers und des Geistes auf der ganzen Welt vollständig verbreitet hat Matthäus 24 14 dies wird der letzte Tag dieser Welt sein der Tag ihres Endes dies ist der Tag auf den sich Offenbarung 20 11 bezieht und ich sah einen großen weißen Thron und den der darauf saß vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde keine Stätte für sie gefunden in 2 Petrus 13 heißt es auch es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb dann werden die Himmel vergehen mit großem Krach die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke die darauf sind werden ihr Urteil finden darüber hinaus kann nicht jeder dem Gericht Gottes entkommen sondern es kann nur durch Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes das vom Herrn gegeben wurde vermieden werden die Heilige Schrift weist auf diesen Tag als Tag des Gerichts Matthäus 11 22 12 36 Apostelgeschichte 17 31 und den Tag des Zornes Gottes Römer 2 5 Offenbarung 16 1 hin der Zweck von Gottes Gericht dieser Welt Psalm 97 2 sagt Gerechtigkeit und Gericht sind seines Thrones Stütze so ist der Zweck von Gottes Gericht über diese Welt die Gerechten zu belohnen und die Sünder zu bestrafen allein der allmächtige und allwissende Herr der Gerechtigkeit wird seine Schafe klar von Böcken trennen Matthäus 25 32 und seinen Weizen vom Spreu Matthäus 3 12 So werden diejenigen die glauben am letzten Tag unverkennbar von denen unterschieden die dies nicht tun In der ersten Hälfte der Offenbarung 20 11 heißt es Und ich sah einen großen weißen Thron und den der darauf saß Dies sagt uns dass niemand seine Sünden vor ihm vergeben kann So müssen die Menschen entweder die Vergebung der Sünden durch Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes ein für allemal empfangen das von Gott gegeben wurde oder ansonsten müssen sie zerstört werden Wer kann jemals behaupten vor dem Herrn gerecht zu sein Psalm 143 2 Lassen sie uns deshalb unsere Sünden bekennen und an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben Gott hat uns in Sprüche 28 13 gesagt Wer seine Sünde leugnet dem wird es nicht gelingen Wer sie aber bekennt und lässt der wird Barmherzigkeit erlangen Die Wesensart des Gerichts Die Art von Gottes Gericht über die Sünder kann verstanden werden wenn wir zuerst das Wesen und die Eigenschaften des Herrn verstehen der genau dieser Richter ist dieses Gericht ist ein Gericht das in Gottes Barmherzigkeit gefällt wird und daher gibt es keine andere Barmherzigkeit wenn Gott Sünder richten würde ohne zuvor ihre haben würde er uns in der Tat als ein furchtbarer Gott erscheinen aber weil Jesus alle unsere Sünden der Welt durch seine Taufe und das Blut am Kreuz ausgelöscht hat wurde von Gott bestimmt dass diejenigen die glauben gerettet werden und diejenigen die das nicht tun gerichtet werden würden deshalb sagt Hebräan 9 27 und wie den Menschen bestimmt ist einmal zu sterben danach aber das Gericht in Matthäus 25 31 bis 33 sagt Jesus selbst wenn aber der Menschen Sohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet und wird die Schafe zu seiner rechten stellen und die Böcke zu linken er sagt auch im Vers 46 und sie werden hingehen diese zur ewigen Strafe aber die gerechten in das ewige Leben weil wir sterbliche sind selbst wenn wir glauben wünschen wir in unserem Unverständnis und impulsiven naturell dass alle Probleme dieser Welt gelöst werden müssen aber Jesus wird diejenigen die nicht an die Vergebung der Sünden glauben die er gegeben hat richten Offenbarung 2012 heißt es und ich sah die Toten groß und klein stehen vor dem Thron und Bücher wurden aufgetan und ein anderes Buch wurde aufgetan welches ist das Buch des Lebens und die Toten wurden gerichtet nach dem was in den Büchern geschrieben steht nach ihren Werken es gibt zwei Arten von Büchern vor Gott und sie sind das Buch des Lebens und die Bücher der Werke das heißt die Bücher des Gerichts diese sind der Maßstab des Gerichts diese Bücher in der obigen Passage beziehen sich auf die Bücher in denen alle Taten der Menschheit aufgezeichnet sind das Gesetz weist auf Sünden hin und lehrt uns dass jeder der nicht an das Evangelium des Geistes glaubt das vom Herrn gegeben wurde nicht in der Lage ist von allen Sündern gerettet zu werden dass Gott die Menschheit mit seinen Büchern der Werke und dem Buch des Lebens beurteilen würde ist das gerechte Gericht je nachdem ob wir an Jesus Christus als Gott glauben und ob wir an das Wort des Evangeliums des Fassers und des Geistes glauben das er uns gab sind unsere Namen im Buch der Werke oder im Buch des Lebens geschrieben und auf der Grundlage dieser Aufzeichnung werden wir entweder belohnt oder bestraft als erfundenen Phonografen wiedergegeben hörte sagte er sogar der Mensch kann seine eigenen aufgezeichneten Stimmen hören würde dann Gott nicht all unsere Werke treffsicher aufgezeichnet haben obwohl solche Weltbekannten Prominente wie Gary Cooper Marilyn Monroe John Wayne und Bruce Lee in dieser Welt längst verstorben sind sind ihre Stimmen Ausdrucksformen und Handlungen noch jetzt im TV zu sehen ebenso lebendig wie in ihrer Vergangenheit wenn bloße Sterbliche dies mit ihrem begrenzten Wissen und ihrer begrenzten Technologie erreichen können wäre der allmächtige Gott dann nicht in der Lage dies zu erreichen so ist die Frage nach dem eigenen Glauben das heißt ob man an die Taufe und das Blut am Kreuz glaubt wichtiger als sogar die Frage nach seinem Leben und Tod warum denn je nachdem ob diese Person an das Evangelium des Wassers und des Geistes glaubt oder nicht wird sie entweder die Vergebung der Sünde von Gott erhalten oder der Verurteilung der Sünde durch ihn gegenüber stehen Das Gesetz das Gesetz Gottes ermöglicht es uns unsere Sünden zu erkennen und bevor wir vor die Gegenwart Jesu Christi treten lassen uns seine Taufe und das Blut an die Vergebung unserer Sünden glauben gemessen am Gesetz Gottes kann kein Mensch sagen dass er ohne Sünde ist aber sobald die Menschen an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben kann nicht mehr gesagt werden dass sie mit Sünde sind das ist so weil das Gesetz Gottes nicht nur die äußerliche Sünde berücksichtigt sondern es dringt tief in das innerste des menschlichen Herzens das Gesetz sagt zum Beispiel wer eine Frau ansieht sie zu begehren der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen auch wenn wir nicht tatsächlich jemanden getötet haben wenn wir hassen eifersüchtig oder neidisch sind sind das Formen unserer mördischen Gedanken und das Gesetz sagt uns dass wir bereits getöteten Matthäus 5 21 bis 22 und 27 bis 28 Außerdem wenn wir Gottes Gesetz gut hielten und einmal brechen würden gilt dann dass wir alles gebrochen hätten deshalb muss die Menschheit an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben das vom Herrn gegeben wurde Gott hat daher der Menschheit Jesus Christus gegeben Gerechtigkeit Gottes für uns alle nebst dem Gesetz vollendet hat Römer 3 21 Wer glaubt dass dieser Christus der dem Gesetz vollständig gehorcht getauft wurde die Sünden der Welt schulterte und am Kreuz starb kann von all seinen Sünden einfach durch Glauben an diese Wahrheit gerettet werden das ist der Bund der Rettung die durch Glauben empfangen wird Römer 5 19 Indem der Entschuldigt versucht er uns in die Hölle zu ziehen aber durch die Fürsprache von Christus sind die jenigen von uns die Glauben von ihren Sünden vergeben und treten daher in den Himmel ein Deshalb heißt es in 1. Johannes 2 1 Und wenn jemand sündig zu haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus der gerecht ist In diesem Licht wird das ewige Gericht zwischen Himmel und Hölle nicht durch unsere guten oder bösen Werke entschieden sondern ist davon abhängig ob wir an die Taufe und das Blut von Jesus Christus glauben oder nicht und ob wir glauben dass er Gott ist oder nicht so ist die wichtigste Wahrheit dass jeder an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben sollte während er oder sie lebendig ist unser Herr selbst sagt und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat so muss der Menschen Sohn erhöht werden damit alle die an ihn glauben das ewige Leben haben denn also hat Gott die Welt geliebt dass er seinen eingeborenen Sohn gab damit alle die an ihn glauben nicht verloren werden sondern das ewige Leben haben Johannes 3 14 bis 16 Jesus der von Johannes getauft wurde um die Sünden der Menschheit auf sich zu nehmen und alle Gerechtigkeit zu erfüllen brachte alle Sünder der Welt ans Kreuz diejenigen auf dieser Welt die an Jesus Christus glauben sind von all ihren Sünden gerettet weil Jesus getauft wurde um stellvertretend die Sünden der Menschheit zu tragen und am Kreuz starb wurde sogar ein mörderischer Räuber wie Barabbas auch gerettet so kann die Menschheit des Gerichts nur vermeiden indem sie so schnell wie möglich zu Christus zurückkehrt und an ihn glaubt während des Lebens stehen alle Menschen an einer Kreuzung an der sie zwischen beiden Wegen zu den entgegengesetzten Bestimmungsorten entscheiden müssen ewiges Verderben oder ewiges Leben Predigt über den Heiligen Sohn 7 Wer wird dem Gericht unterworfen sein wie es im apostolischen Glaubens Bekenntnis heißt ich glaube an von dort wird er kommen um zu richten die lebenden und die toten wird die gesamte Menschheit von ihrem Vater Adam bis zum Ende der Welt dem Gericht Gottes unterworfen sein Hebräer 9 27 sagt und wie den Menschen bestimmt ist einmal zu sterben danach aber das Gericht so muss jeder einmal sterben und dann kann sie oder er Gottes Gericht nach dem Tod nicht vermeiden zu Beginn der Offenbarung 20 heißt es und ich sah die Toten groß und klein stehen vor dem Thron hier bedeutet der Passus groß und klein nicht erwachsen und Kinder sondern groß bezieht sich auf die Könige Präsidenten und andere hochrangige Politiker und die Mächtigen während sich klein auf die normale Bürger und gewöhnlichen Menschen bezieht zu Beginn der Offenbarung 2013 heißt es außerdem und das Meer gab die Toten heraus die darin waren dies bedeutet dass die jenigen die durch Unfälle gestorben sind auch vor dem Thron des Gerichts stehen werden egal wo Menschen sterben mögen ob im Meer in der Luft oder an Land weil der ganze Himmel und die Erde in Gottes Händen sind kann niemand seinem Urteil entgehen in der Mitte des obigen Verses 13 heißt es der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus die darin waren und weiter im Vers 14 heißt es und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Fuhl das ist der zweite Tod der feurige Fuhl Sünde ist das unveränderliche Gesetz das Menschen tötet und Hades ist das Gefängnis das die Toten beschränkt aber nun wenn das Gericht kommt werden auch diese geändert und die Toten im Gehorsam gegenüber dem Gesetz der Auferstehung freigelassen mit anderen Worten wenn ewiges Leben und Zerstörung durch das jüngste Gericht bestimmt werden wird es keine Regel des Todes und seines Reiches mehr geben das ist warum diese beiden in den feurigen Fuhl geworfen werden anders ausgedrückt dass der Tod und sein Reich in den feurigen Fuhl geworfen werden bedeutet dass die Sünder die vor dem Thron des Gerichts der Tod der letzte Feind des Lebens vernichtet wird 1. Korinther 15 26 und dies bedeutet dass das Tier und die falschen Propheten zuerst in den vorigen Fuhl geworfen werden Offenbarung 19 20 gefolgt von Satan das Haupt der Dämonen der auch in die Hölle geworfen wird Offenbarung 20 10 Tertullian ein Kirchenvater warnte vor dem bevorstehenden Gericht der Römer die die Gläubigen in öffentlichen Arenen und Stadien an hungrige Löwen verfütterten oder sie kreuzigten oder verbrannten und derer die das Schauspiel beobachten und genossen er sagte sie lieben Schauspiele warten sie gespannt sie werden das jüngste Gericht sehen das größte Schauspiel von allem tatsächlich wird es kein größeres Schauspiel als dieses geben denn die Menschen die jemals auf dieser Erde lebten ob hoch oder niedrig von der Antike über das Mittelalter bis in die Gegenwart werden dem jüngsten Gericht gegenüber zu stehen und entweder in den Himmel zum ewigen Leben eingehen oder zur Zerstörung der Seele geworfen werden Offenbarung 2015 ist die Schlussfolgerung Es heißt und wenn jemand nicht gefunden wurde geschrieben in dem Buch des Lebens der wurde geworfen in den feurigen Fuhl wer auch immer will dass sein Name im Buch des Lebens geschrieben steht muss aus Wasser und Geist wieder geboren werden wie der Herr sagte um aus Wasser und Geist von neuem geboren zu werden müssen wir all unsere Sünden durch seine Taufe auf Jesus übertragen und am Kreuz mit dem Herrn sterben nur dann können wir aus Wasser und Geist von neuem geboren werden und ewiges Leben erhalten Predigt über den heiligen Sohn 8 Was ist der Glaube den Gott für groß erklärt Matthäus 8 5 bis 10 Als aber Jesus nach Kapernaum hinein ging trat ein Hauptmann zu ihm der bat ihn und sprach Herr mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen Jesus sprach zu ihm Ich will kommen und ihn gesund machen Der Hauptmann antwortete und sprach Herr Ich bin nicht wert dass du unter mein Dach gehst sondern sprich nur ein Wort so wird mein Knecht gesund denn auch ich bin ein Mensch der Obrigkeit untertan und habe Soldaten unter mir und wenn ich zu einem sage gehe hin so geht er und zu einem anderen komm her so kommt er und zu meinem Knecht tu das so tut er es als das Jesus hörte wunderte er sich und sprach zu denen die ihm nachfolgten wahrlich ich sage euch solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden der Glaube des Hauptmanns als Jesus nach Kapernaum kam trat ein Hauptmann zu ihm und bat ihn Herr mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen und Jesus sprach zu ihm ich will kommen und ihn gesund machen der Hauptmann antwortete und sprach Herr ich bin nicht wert dass du unter mein Dach gehst aber sprich nur ein Wort so wird mein Knecht gesund denn auch ich bin ein Mensch der Obrigkeit untertan und habe Soldaten unter mir und wenn ich zu einem sage gehe hin geht er und zu einem anderen kommt er und zu meinem Knecht tu das so tut er es als Jesus das hörte wunderte er sich und sprach zu denen die ihm nachfolgen wahrlich ich sage euch solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden es gibt Menschen auf dieser Welt die wie der Hauptmann den Glauben haben der glaubt dass alles nur durch das Wort von Jesus erfüllt wird wir können sehen dass die jenigen die solchen Glauben haben gesegnet sind und dass dieser Hauptmann solchen Glauben hatte den gleichen Glauben der Wiedergeborenen der Hauptmann der Mitleid mit einem seiner Untergebenen hatte der gelähmt war kam zu Jesus und bat für ihn um Heilung wir können sehen dass der Hauptmann das Schicksal teilte und mit den Männern unter seinem Kommando durch dick und dünn ging und dass er eine große Liebe für sie hatte der Hauptmann bat Jesus ernsthaft um Heilung seines Knechtes und Jesus erlaubte es aus dieser Passage können wir klar erkennen dass die Disposition des Glaubens des Hauptmanns so war dass er glaubte Jesus sei der Sohn Gottes er glaubte Jesu Wort der Wahrheit das heißt er glaubte dass Jesus der Sohn Gottes war der die Toten auferwecken und uns vollständig von unseren Sünden heilen würde Herr ich bin nicht wert dass du unter mein Dach gehst sondern sprich nur ein Wort so wird mein Knecht gesund der Hauptmann sagte dies Gottes hatte wenn Menschen bereit sind Gott zu dienen und zu verehren dann können solche Menschen die Vergebung ihrer Sünden durch das Wort Gottes erhalten eingepflanzten Glauben durch das Wort haben und auch den Segen von diesem geschriebenen Wort Gottes erhalten dieser Glaube ist der Glaube des Hauptmanns selbst wenn wir nichts in unseren Händen haben wenn wir nur an Gottes Wort glauben können die reichlichen Segnungen Gottes alle unsere sein aus dieser obigen Passage können wir herausfinden wie groß des Hauptmanns Glaube war was ist gesunder Glaube Glaube an Gott der alles nur durch sein Wort erfüllt hat und erfüllen wird ist der gesunde Glaube wenn sie das wissen des Wort Gottes haben und glauben an dieses Wort werden sie ebenso wie der Hauptmann wunderbare Segnungen in ihrem Leben erhalten der Hauptmann Bart Jesus spricht nur ein Wort solcher Glaube ist ein großer Glaube diejenigen die Gott verehren und fürchten glauben dass seine große Macht uns allein durch das Wort Gottes von unseren Sünden retten kann uns das ewige Leben empfangen lässt und unsere Leben zu einem gesegneten Leben macht Gottes Segen kann nur durch Glauben an sein Wort kommen der Glaube der an das Wort glaubt ermöglicht uns tatsächlich ein neues Leben zu leben Johannes 8 32 heißt es und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen wenn wir im Wort Gottes weilen und an die Heilige Schrift glauben wie sie ist dann wirkt dieses Wort in unseren Herzen auf konkrete Weise verwandelt unser Umfeld unsere Seelen und uns selbst und ermöglicht uns dadurch in den Himmel statt in die wenn man keinen Glauben an Gottes Wort hat wenn man nicht an das Wort Gottes glaubt dann ist der Kirchenbesuch nur eine bloße Religionsausübung etwas was man aus dem eigenen tut und nichts mit der Erlösung zu tun hat der Glaube dieses Hauptmanns ist der Glaube der an Gott und sein Wort glaubt vor langer Zeit gab es viele die an das Wort glaubten unsere Väter des Glaubens Erste Mose 12 4 Und Isaac folgte seines Vaters Weg indem er auch an das Wort Gottes glaubte das Abraham geglaubt hatte Abraham glaubte an Gottes Wort dass er ihm seine Nachkommen und Land geben würde wie es war und gab es seinem Sohn Isaac weiter und Gott ließ in der Tat Abrahams Nachkommen das Land Kanaan haben das heutige Israel durch Glauben an das Wort wurden wir die wiedergeborenen gerecht und Gottes Kinder was wirklich in erster Linie wunderbar ist ist wie sie gerecht wurden wurden sie gerecht indem sie Gott durch ihre insprünstige Gebete Zungenrede Heilungswunder oder Lobpreis empfingen können wir Gott empfangen indem wir ihn einfach als unseren Vater bekennen wahrer Glaube ist an das Wort Gottes zu glauben Glaube an Gott kann nicht über Emotionen Hingabe Ich habe viele Christen gesehen die in Tränen ihre insprünstigen Bußgebete gesprochen und laut ihre Sünden gestanden haben Generell ist es für Christen die seit langer Zeit in der Kirche sind zu einer üblichen Praxis geworden zu versuchen ihre Sünden durch ihre mit vielen Tränen gegebenen Bußgebete wegzuwaschen Unsere Ära hat sich in eine Verdorbene verwandelt in der Christen die solche äußeren Erscheinungen Sehen den Glauben des Anderen auf dieser Grundlage erkennen Heresien sind an charismatische Bewegung Mystik und Materialismus interessiert und sie neigen dazu solche falschen Strömungen stürmisch und verzweifelt zu folgen aber alle ihre Anhänger können während sie vorübergehend Komfort und Zufriedenheit aus solchen Überzeugungen ziehen nicht anders als weiterhin ein verwirrtes Leben mit leeren Herzen führen Dies kann der Beweis dafür sein dass solche Menschen weder wiedergeboren wurden noch den Heiligen Geist empfangen haben noch weniger das Wort Gottes glaubten Glaube an Jesus ist der Glaube an das Wort Gottes Jesus sagte dass der Glaube des Hauptmanns groß sei lassen sie uns herausfinden warum er das sagte Sünder die weder dem Wort Gottes glauben noch folgen können nicht die Gerechten verstehen die den Glauben an Gottes Wort haben insbesondere behauptet die charismatische Bewegung in die Sünder anfällig sind zu fallen dass das Sprechen in Zungen der Beweis ist der beweist dass einer den Heiligen Geist empfangen hat Gottes Kind ist und selbst gerettet ist daher sprechen sie überall in Zungen aber die meisten Christen die behaupten in Zungen zu sprechen sprechen tatsächlich in falschen Zungen Wiedergeborene können nicht die Nähe derer ertragen die behaupten in Zungen zu reden Satan arbeitet so täuschend in der charismatischen Bewegung dass diejenigen die an natürlich übernatürliche Visionen und Mächte glauben und nach Zeichen Wunder und Visionen suchen abseits des Glaubens an dem Wort Gottes nicht einmal annähernd dem Glauben des Hauptmanns nahe kommen können ihr Glaube ist ein Pseudoglaube der nur nach dem sucht was das Auge sehen kann wie Zeichen Wunder und Visionen und er ist grundlegend verschieden von dem Glauben des Hauptmanns des Hauptmanns Glauben war einer der an alles glaubte was Jesus Christus sagte und bekannte sprich nur ein Wort so wird mein Knecht gesund der Glaube dass alles was Gott sagt dementsprechend erfüllt wird mit anderen Worten ist der Glaube des Hauptmanns das Zungenreden bei den heutigen Christen bedeutet nicht dass sie die Vergebung der Sünden empfangen haben noch dass sie zu Kinder Gottes wurden auch das Sehen von Visionen bedeutet nicht dass sie wiedergeboren wurden auch die Behauptung geistliche Gaben zu haben bedeutet nicht dass sie den wiedergeborenen Glauben haben genau genommen ist es weil solche Menschen keinen Glauben haben dass sie an mystische Dinge festhalten diese Dinge werden von Satan gegeben solch mystischer Glaube hält für höchstens eine Woche nach wenigen Tagen beginnen sie den Herrn erneut zu suchen schauen wo sie Wunder und Zeichen finden können dies ist der Beweis der Tatsache dass sie keinen Heiligen Geist in ihren Herzen haben wenn Jesus das Wort Gottes in uns ist und wenn wir die Vergebung der Sünden empfangen haben und der Heilige Geist tatsächlich in uns wohnt dann werden wir niemals in solche Fallen tappen noch können wir jemals mit ihnen zusammen arbeiten denn wir sind grundsätzlich nicht vereinbar mit ihnen und vor allem unterscheidet sich unser Same von ihrem der Glaube des Hauptmanns ist der gleiche wie unser die Gnade Gottes die er uns geschenkt hat ist so groß dass er uns im Gegensatz zu denen die Zeichen und Wunder verfolgen erlaubt hat an sein Wort zu glauben und dem zu folgen ich kann ihm daher nur danken glauben haben und gerecht werden kommt nur durch glauben an das Wort Gottes zustande wenn der Sünder ihre eigenen Gedanken verleugnen ihre wahres selbst vor dem Wort Gottes offenbaren demütig auf das hören was das Wort sagt und wirklich daran glauben können sie gerecht werden dies ist die Macht Gottes und die Kraft seines Wortes sie können dadurch in das Himmelreich eintreten und Gottes eigene Kinder werden wir können ein gesegnetes Leben in Zufriedenheit und Freude leben aber all diese Segnungen kommen durch das Wort Gottes zustande denn das ist die Wahrheit selbst als unser Herr den Glauben das Hauptmann sah sagte er dein Glaube ist groß jemand der gelähmt ist kann nichts alleine tun ebenso können Sünder ihre Sünden nicht selbst verschwinden lassen aber sie können vollständig durch das Wort Gottes von ihren Sünden vergeben werden und dies ist der Glaube von dem unser Herr sprach indem er sich auf den Glauben des Hauptmanns bezog wir haben die Vergebung der Sünde durch Glauben an das Wort Gottes empfangen danach erkannten wir an wie wichtig es für uns ist Glauben an sein Wort zu haben bevor wir wieder geboren werden können wir nicht erkennen wie wichtig es ist Glauben an das Wort zu haben nur das Wort Gottes kann unsere Sünden auslöschen es ist weil der Hauptmann diesen Glauben hatte dass er sagte sprich nur ein Wort so wird mein Knecht gesund unsere Sünden können weder durch unsere eigenen Bemühungen noch durch etwas anderes als sie können nur durch das Wort Gottes ausgelöscht werden es ist allein durch Glauben an Gottes Wort der Wahrheit des Wassers und des Geistes das wir gerettet werden nicht durch die von Menschen gemachten Gedanken leeren Bemühungen Buße und Heiligung unseres eigenen Schaffens in Träumen oder Visionen empfangene Erlösung ist keine Erlösung die Vergebung der Sünde die nicht durch Gottes Wort der Wiedergeburt aus Wasser und Geist empfangen wurde ist keine Erlösung es gibt viele die noch größere Sünder werden auch wenn sie bekennen an Jesus zu glauben und die Kirche besuchen Hebräer 1 3 sagt und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden der Grund warum solche Menschen noch sündiger werden und trotz des Glaubens an Jesus nicht von ihren Sünden befreit werden ist weil sie das Wort Gottes nicht richtig kennen der 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 Sünden der Menschheit gereinigt hat ist Jesus weil das was Jesus getan hat im Wort Gottes detailliert geschrieben ist ist es durch Glauben an dieses Wort dass wir gerecht werden und unser Leben in solchen Segnungen leben können diejenigen die nicht die Vergebung der Sünde vom Wort erhalten haben werden auch immer sie sein mögen sind alle Lügner Jesus ist der Weg und das Leben egal wie Menschen niederknien und wie leidenschaftlich sie während des Gottesdienstes ihre Bußgebete sprechen und dabei das Wort Gottes beiseite lassen dies kann ihnen nicht ermöglichen in den Himmel einzutreten die Bemühungen Andachten und Werke des Menschen können ihre Sünden nicht auslöschen die Art des Glaubens und die Vergebung der Sünde die nicht durch das Wort allein konstituiert wird gehört alles dem Teufel nichts auf dieser Welt selbst wenn es die Macht wäre Dämonen auszutreiben kann es den Menschen ermöglichen vom Herrn geliebt zu werden und selbst wenn sie gematert werden bedeutet das nicht dass ihre Seelen gerettet sich zwangsläufig am Ende ändern alle Bestandteile ihres Glaubens wie ihr Glaube an Gott an die Erlösung und die sein Gericht werden sich im Laufe der Zeit ändern all diese Dinge sind völlig zwecklos Menschen die beanspruchen eine Tradition zu haben die stolz auf ihre Herkunft und den Stammbaum sind und sich ihrer Konfession ihres Glaubens und ihres Handelns rühmen solche Menschen versichern sich selbst Gottes Volk zu sein aber Gott sagte dass er solche Menschen in die Hölle werfen wird es wäre sogar in Ordnung stolz zu sein wenn sie an das Wort glauben wie es ist weil sie dies jedoch nicht tun sondern auf der Grundlage ihres eigenen Maßstabs an ihn glauben sagt Gott dass er sie in die Finsternis hinauswerfen würde in Matthäus 7 23 heißt es ich habe euch noch nie gekannt weicht von mir ihr Übeltäter was ist Gesetzlosigkeit Übeltat Gesetzlosigkeit bezieht sich auf die Taten derer die behaupten an Gott zu glauben und seine Macht auszuüben auch wenn sie tatsächlich keinen Glauben haben Gottes Gemeinde ist in der wir das Wort Gottes hören es ist ein Ort an dem wir unsere eigenen Gedanken beiseite legen und stattdessen das Wort hören und folgen es gibt Menschen die behaupten dass sie auch wenn sie mit Sünde bleiben in das Reich Gottes eintreten können weil sie in die Kirche gehen und an Jesus glauben die jenigen die von Orthodoxie sprechen sind noch eifriger und sagen dass sie die erlösten Sünder sind auch wenn ihre Herzen keinen Glauben haben bekennen sie an Gott zu glauben und behaupten dass er sie in den Himmel nehmen würde sehen sie selbst ob sie irgendwo in der Bibel eine Stelle finden an der solche Behauptungen schriftlich bestätigt werden die heiligen beziehen sich auf die jenigen die ohne Sünde sind das heißt sie beziehen sich auf die gerechten Menschen die sich der Orthodoxie rühmen sagen Gott hat uns als gerecht zugelassen auch wenn wir Sünder sind aber das bedeutet nicht dass wir tatsächlich ohne Sünde sind aber Gott wird uns nicht rechtfertigen weil wir die Kirche besuchen weit davon entfernt Menschen die behaupten dass sie durch die Werke ihres Glaubens in das Reich Gottes eintreten können lieben Gott nur in einer unerwiderten Liebe denn ihre Rettung ist selbst gemacht die nicht vom Herrn durch Glauben empfangen ist solche Menschen können nicht gerettet werden die Sünden in ihren Herzen sind der Beweis dafür dass sie nicht gerettet werden wer auch immer in seinem Herzen Sünde hat auch wenn er an den Herrn glaubt wird in die Hölle geworfen werden Jesus hat alle Sünden der Welt ausgelöscht und uns gesagt an ihn zu glauben Gott freut sich über diejenigen die an Jesus glauben von ihren Sünden befreit sind und die Gerechten geworden sind Gott hat den Himmel für die Gerechten bereitet Herr ich glaube dass du all meine Sünden weggenommen hast aber bitte reinige diese Weise betet kann dies nur bedeuten dass die derjenigen nicht wirklich an Gottes Evangelium glaubt und Gott nur zum Lügner macht diejenigen die sich selbst verdammen obwohl sie an Jesus glauben sind nichts anderes als Ketzer wir müssen richtig erkennen dass es keine Verdammnis mehr in Jesus Christus gibt Römer 8 1 die sündigen Prediger können die Sünden anderer sündiger Seelen nicht mit dem Wort auslöschen sondern sie verwandeln sie nur in christliche Sünder die irgendwie an Jesus glauben genau wie sie selbst aber diejenigen die die Vergebung ihrer Sünden erhalten haben können aufgrund dieses mächtigen Wortes in ihnen dazu führen dass die Sündigen auch ohne Sünde werden dies ist wie wir durch Glauben an Jesus gerecht werden Segen ist durch das Wort Gottes wiedergeboren zu werden Segen ist dem Geistlichen Führer zu folgen und sich zusammen zu schließen um der Gemeinde zu dienen und das Evangelium der Vergebung der Sünde an die Seelen zu verbreiten der Hauptmann obwohl er ein Heide war glaubte an das Wort Gottes wie es war er wurde so gerettet und wurde eine vollkommene und gerechte Person im Gegensatz dazu wurden diejenigen verlassen die sich als orthodoxe Juden rühmten weil sie Jesus nicht richtig kannten welches ist richtig der Glaube an das Wort ermöglicht uns von einem Leib der Sünde zu einem Leben der Erlösung überzugehen und erlaubt uns durch das ganze Wort gesegnet zu werden der Glaube an Gott ist an ihn und sein Wort zu glauben weil der Hauptmann diesen Glauben hatte bezeichnete Gott diesen als groß solcher Glaube ist durch und wird genau wie es ist Menschen die noch nicht diesen Glauben des Hauptmanns haben würden alle wenn sie an das Wort Gottes mit diesem Glauben glauben wie der Hauptmann werden der Glaube der von Gott anerkannt wird ist der der an das glaubt was Gott gesagt hat wie es ist der Glaube an Gott der uns ohne Sünde gemacht hat ist der Glaube des Hauptmanns Predigt über den heiligen Sohn 9 was ist die Gabe die Mose zum Zeugnis befahl Matthäus 8 1 bis 4 als er aber vom Berge herab ging folgte ihm eine große Menge und siehe ein Aussätziger kam heran und fiel vor ihm nieder und sprach Herr wenn du willst kannst du mich reinigen und Jesus streckte die Hand aus rührte ihn an und sprach ich wills tun sei rein und zugleich wurde er von seinem Aussatz rein und Jesus sprach zu ihm sieh zu sage es niemanden sondern geh hin und zeige dich dem Priester und Opfer die Gabe die Mose befohlen hat ihnen zum Zeugnis Sünde ist vergleichbar mit Aussatz Jesus sagt uns hier dass die jenigen die Vergebung der Sünde erhalten haben die Gabe die Mose als ihr Zeugnis geben sollen sie sagen dass es sechs Jahre ab dem Zeitpunkt der Aussatz Infektion dauert bis Menschen ihr subjektives Symptom erkennen die Krankheit bleibt in den ersten sechs Jahren inaktiv bricht jedoch im siebten Jahr aus und dies ist ein besonders pathologisches Merkmal des Aussatzes die obige Hauptpassage sagt uns dass Jesus einen Aussätzigen von seiner Krankheit heilte dies ist eine wahre Geschichte die tatsächlich geschehen Natur unserer Sünden und sagt uns dass er das Problem dieser Sünden ein für allemal gelöst hat der Aussätzige in der obigen Passage wollte ernsthaft von seiner Krankheit geheilt werden und deshalb trat er so wie er war vor Jesus Christus ohne sich zu verstecken sondern offenbarte seine Krankheit dieser Aussätzige glaubte dass ohne das Wort von Jesus nichts erreicht werden kann und er glaubte auch dass es von seiner eigenen Krankheit geheilt zu werden als Jesus sah dass der Glaube dieses Aussätzigen das der gleiche war wie der des selben Kapitel erwähnten Hauptmanns reinigte er ihn die Kernlektion dieser Schilderung ist nicht die tatsächliche Heilung der Krankheit an sich sondern wie wir von der Krankheit unserer Sünden geheilt werden können der Aussätzige hier ist eine Anspielung auf die Tatsache dass wir die Krankheit der Sünde wie Aussatz in unseren Herzen haben von dem Moment unserer Geburt aus dem Mutterleib wurden wir alle mit der Krankheit der Sünde geboren als als wir geboren wurden konnten wir nicht erkennen dass wir so böse Sünder waren aber sobald wir zu einem gewissen Alter herangewachsen waren erkannten wir dass wir tatsächlich böse waren dass andere auch böse waren und dass alle Menschen böse sind aber Gott sagte uns durch die obige Passage dass wenn diese völlig bösen Menschen zu Jesus kommen und ihr wahres selbst offenbaren ohne sich zu verstecken und wenn sie den Glauben haben der sagt wenn du willst ich glaube dass du mehr als in der Lage bist selbst ein so sündiges Wesen wie mich zu reinigen Jesus sie dann in der Tat gern von ihren Sünden heilen wird heilte der Herr den Aussätzigen auf einmal oder zweimal die Passage zeigt uns dass Jesus den Aussätzigen augenblicklich heilte unsere Sünden werden nicht in Gottes haben können wir indem wir Gott zu kennen und an ihn zu glauben kommen der alle Sünden der Menschheit ein für allemal auslöschte die Vergebung der Sünden auf einmal erhalten unsere Sünden werden niemals in Etappen geheilt eine Frau die an Blutfluss gelitten hatte wurde ein für allemal durch die Berührung des Gewandes Jesu geheilt Markus 5 29 sie wurde nicht nur von Symptomen der Blutung befreit sondern auch von der eigentlichen Ursache Naaman ein Feldhauptmann der Armee des Königs von Syrien wurde ebenfalls auf einmal vom Aussatz geheilt 2. Könige 5 14 und der Aussätzige in der obigen Passage wurde ebenfalls sofort von einem Aussatz gereinigt Was ist der Unterschied zwischen religiösen Menschen und Menschen des Glaubens aufgrund ihrer Torheit die sich aus ihrer Unkenntnis der Wahrheit ergibt glauben die religiösen dass sie durch ihre tägliche Buße die Vergebung der Sünde erhalten können selbst wenn sie jeden Tag in Sünde leben aber für die Menschen des Glaubens die dem Wort Glau folgen sind alle Probleme ihrer Sünden ein für allemal gelöst und leben inmitten der Gnade Gottes Gemeinde bedeutet die Versammlung derer die Jesus Christus nachfolgen wir müssen erkennen dass die Sadduzeer und die Pharisäer obwohl sie bekannten an Gott zu glauben nicht diejenigen waren die von Jesus geheilt wurden sondern diejenigen wie die blutende Frau und der Aussätzige die nichts wegen ihrer Krankheit auf eigene Faust tun können wenn es für uns möglich wäre das Problem der Sünde in unseren Herzen durch unsere eigenen Werke Bußgebete und gute Taten zu lösen wäre es in der Tat nicht nötig gewesen dass Jesus auf diese Erde gekommen wäre und wenn wir glauben dass wir das Problem der Sünde auf diese Weise lösen können werden wir Jesus für den Rest unseres Lebens niemals begegnen können aber das Problem unserer Sünden kann nicht gelöst werden egal was wir tun und wie sehr wir uns bemühen und wir sind es nicht zu tun weil unsere Sünden nicht verschwinden egal wie viel wir bereuen müssen wir klar erkennen dass das Problem der Sünde einfach nicht durch unsere eigenen Stärken gelöst werden kann und vor Gott bekennen dass wir Sünder sind wir müssen auch die Wahrheit erkennen dass wenn wir derart bekennen ich bin ein Sünder vor Gott weder aus Demut noch aus doktrinärer Überzeugung sondern aus Gottes Gegenwart treten und um sein Erbarmen bitten er unser ganzes Problem der Sünde ein für allemal lösen wird so wie er den Aussätzigen heilte nur diejenigen die sich selbst vor Gott als völlige Sünder offenbaren bitten um sein Erbarmen und bekennen ihm ich kann es nicht vermeiden in die Hölle geworfen zu werden denn ich bin mit Sünde Herr bitte erwarme dich meiner nur solche Menschen können die Gnade des Herrn empfangen in Römer 3 10 heißt es da ist keiner der gerecht ist auch nicht einer dieser Vers ist was der Apostel Paulus zu denen sprach die noch nicht die Vergebung der Sünde erhalten hatten kam Jesus nicht um die Sünder gerecht zu machen es gibt nicht so etwas wie halb gemachte Vergebung der Sünde noch ein halb gerechte doch leider gibt es so viele wirre Menschen im heutigen Christentum sie glauben dass Sünden vergeben werden wenn sie Bußgebete geben unsere Sünden sind nicht etwas die durch Bußgebete ausgelöscht werden können Jesus ist der eine der die Heilung von Sünde vollkommen abgeschlossen hat Jesus spricht nicht von unserer Sünden indem er sie in Erbssünde und persönlichen Sünden aufteilt und er sagte auch nicht und wir für unsere täglichen Sünden Bußgebete darbringen müssen um vergeben zu werden der Glaube derer die so glauben ist ein halber Glaube und solche Menschen werden den Rest des Lebens als Sünder leben als Sünder sterben und als Sünder in die Hölle geworfen werden Gott akzeptiert keine halben glauben wenn sie glauben dann müssen sie zu 100% glauben und wenn sie nicht jedem bisschen der es gibt keinen 50% glauben Jesus nennt uns nicht ohne Sünde wenn wir wegen unseres Unglaubens Sünder bleiben wenn wir die Bibel richtig kennen können wir herausfinden dass Jesus uns ohne Sünde nennt weil er unsere Sünden tatsächlich vorher entfernt und sie vollständig ausgelöscht hat unter den gegenwärtigen religiösen Führern des Christentums gibt es diejenigen die behaupten dass Jesus unsere Erbsünde wegnahm aber nicht unsere persönlichen Sünden die Bibel spricht nicht von ursprünglichen und persönlichen Sünden und es gibt keine Erwähnung solcher Dinge darin vor Jesus sind alle Sünden groß und klein mit denen wir geboren wurden und die wir hinsichtlich unseres eigenen Tuns begehen tatsächlich jede mögliche Sünde die gleichen die sich alle als die Sünden der Welt manifestieren Wasser ist Wasser ob es Abwasser oder weiß genau wann Menschen begangen ihre Erbsünde von ihren persönlichen Sünden zu unterscheiden weil viele christliche Führer selbst nicht wieder geboren wurden wissen sie nicht wie sie alle Probleme der Sünde lösen sollen und weil sie es nicht wissen haben sie das Christentum zu einer bloßen Religion gemacht und behaupten dass Gott unsere Sünden vergibt wenn wir für unsere Sünden Buße tun das Wort Buße ist weit es bedeutet nur um zu kehren es bedeutet nicht zu Gott zu beten dass er uns unsere Sünden vergibt Gott hat gesagt dass er von uns Opfer gaben möchte die um seine Gnade und Barmherzigkeit bitten Gott hat Mitleid mit den Seelen die wegen ihrer Sünden in Richtung Hölle gehen Gott möchte uns retten darum geht es in seinem Herzen was sein Herz wünscht ist die Menschen mit Sünde ohne Sünde und heilig durch Jesus Christus zu machen und sie dadurch in die Lage zu versetzen an seinem Königreich teilzunehmen und er hat dies tatsächlich vollständig erfüllt in Römer 6 23 heißt es denn der Sünde sollt ist der Tod die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus unserem Herrn der mit Sünde hat keine andere Möglichkeit als die als in die Hölle geworfen zu werden aber die Gabe Gottes ist mit dem Herrn für immer zu leben Gottes Gabe für uns macht uns ohne Sünde es gibt heutzutage zu viele Menschen die da sie an die Vergebung der Sünde in zu humanistischen und vom Menschen geschaffenen Denkweisen glauben geradewegs in die Hölle gehen sie denken dass sie durch ihre eigenen Taten der Hingabe in den Himmel eintreten können wie treu den Zehnten geben eine Menge Opfer darbieten Bußgebete sprechen und an jedem Morgen am Gebets Gottesdienst teilnehmen aber all diese sind fehlerhaft lassen sie uns annehmen dass jemand gerade gestorben ist und vor Gott ging diese Person steht vor seiner Gegenwart und sagt dieser Sünder vieler Missetaten kommt zu mir her was würde unser Herr sagen er würde sagen was er in Matthäus 7 21 bis 23 sagte es werden nicht alle die zu mir sagen her her in das himmelreich kommen sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel es werden viele zu mir sagen an jenen Tage her her haben wir nicht in deinem Namen geweiß sagt haben wir nicht in deinem Namen böse Geiste ausgetrieben haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan dann werde ich ihnen bekennen ich habe euch noch nie gekannt weicht von mir ihr Übeltäter Gott ist nicht der Vater der Sünder noch der Herr der mit Sünde sondern der Vater der Gerechten und der Herr der Wiedergeborenen die die Vergebung der Sünde erhalten haben selbst wenn die oben genannten Personen sagen würde Herr warum kennst du mich nicht für dich tat ich mein Möglichstes um von deinem Namen zu zeugen und ich widmete mein ganzes Leben dir mit Gott einfach antworten wie kannst du behaupten mein Kind zu sein wenn du mit Sünde bist in die Hölle mit dir du Übeltäter oberste Priorität für Sünder ist die Vergebung ihrer Sünden zu erhalten indem sie jetzt an das Wort glauben dies ist am dringendsten erforderlich wie können wir Sünder in unserer Gemeinde versammeln die nicht die Vergebung der Sünden erhalten haben und sie dann als Heilige bezeichnen wo auf dieser Erde kann man Heilige mit Sünde finden die mit Sünde sind keine Heiligen sondern einfach Sünder Gott erklärt in Hosea 4 6 mein Volk ist dahin weil es ohne Erkenntnis ist denn du hast die Erkenntnis verworfen darum will ich dich auch verwerfen dass du nicht mehr mein Priester sein sollst du vergisst das Gesetz deines Gottes darum will auch ich deine Kinder vergessen Gott zu kennen ist die Grundlage des Wissens und dennoch versuchen Menschen nicht seinen Geist zu kennen und ihr eigenes Wissen das wie der Turm von Babel gebaut wurde weg zu werfen vielmehr widmen sich noch mehr der Errichtung des Turms ihres eigenen Wissens und ihrer eigenen Taten deshalb sagt Gott ich kenne dich nicht wir können nur dann ohne Sünde werden wenn wir zu 100% an das Wort glauben wir müssen den Glauben haben der ganz alles Gott anvertraut und sagt du kannst mich reinigen der Glaube an die sogenannte schrittweise Heiligung die behauptet dass Gott uns schrittweise reinigt ist nicht der Glaube an die wahre Erlösung richtiger Glaube an Christus besteht nicht aus einer bloßen religiösen Praxis durch die Ungläubige versuchen ihre Erlösung durch ihre eigenen Anstrengungen und ihre moralische Ausbildung zu erlangen zum Beispiel betonen Buddhisten die Ausübung von Güte und Barmherzigkeit um Erlösung zu erlangen aber das wahre Heil der Gnade kommt ohne unsere eigenen Anstrengungen von oben herab es kommt einseitig aus der Liebe des Herrn der die ertrinkenden Menschen vor ihrem sicheren Tod befreit hat so wie der Aussätzige durch die Liebe und Kraft unseres Herrn augenblicklich geheilt wurde können wir auch durch diese Liebe und Kraft des Herrn von den Sünden unseres Herzens gerettet werden als der Herr den Aussätzigen heilte sprach er zu ihm sieh zu sage es niemandem sondern geh hin und zeige dich dem Priester und opfere die Gabe die Mose befohlen hat ihnen zum Zeugnis die 3. Mose 1 1 bis 4 sagt und der Herr rief Mose und redete mit ihm aus der Stiftshütte und sprach rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen wer unter euch dem Herrn ein Opfer darbringen will der bringe es von dem Vieh von Rindern und Schafen und Ziegen will er ein Brandopfer darbringen von Rindern so opfere er ein männliches Tier das ohne Fehler ist vor der Tür der Stiftshütte damit es ihn wohlgefällig mache vor dem Herrn und lege seine Hand auf den Kopf des Brandopfers damit es ihn wohlgefällig mache und für ihn Sühne schaffe wir können aus Vers 2 ersehen dass die Gabe die Mose befahl ein Vieh einer Herde ist nachdem Gott der Menschheit seine Gesetze gegeben hatte zeigte er ihnen die Stiftshütte damit sie erkennen können dass sie Sünder waren durch das Opfersystem dieser Stiftshütte hat er uns gelehrt wie er alle Sünder der Israeliten und auch unsere eigenen Sünden auf das Opferlamm übertragen und uns dadurch vergeben würde Gott liebte uns und um uns von unseren Sünden zu retten bereitete er die Opfergabe die stellvertretend an unserer Stelle zu sterben hatte dies ist das Opferlamm und der Stier als die Priester ihre Hände auf den Kopf des Brandopfer legten wurde das Opfer von Gott angenommen und dieses Opfer sühnte uns wenn Menschen das Auflegen der Hände von jemanden erhalten der von Dämonen besessen ist dann werden auch sie von Dämonen besessen das Auflegen der Hände bedeutet weitergeben als der Hohepriester seine Hände auf den Kopf des Box 3. Mose 16 21 Als die Sünden auf diese Weise auf den Bock übertragen wurden und dieser Bock an unserer Stelle getötet wurde und sein Blut Gott dargebracht wurde nahm Gott dieses Blut an und vergab seine Sünden Wie haben wir die Vergebung der Sünden erhalten wir müssen von dem Zeugen der Beweis der Erlösung muss allein im Wort gesucht werden und er wird nicht durch den Beweis zu sehen oder in Zungen zu sprechen es ist nur mit dem Wort Gottes dass wir beweisen können dass wir Sünder waren und wie wir nun von all unseren Sünden gerettet worden sind dieser Beweis zeugt vor Gott vor Satan und vor den Menschen in 3. Mose 4 27 31 heißt es wenn aber sonst jemand aus dem Volk aus versehen sündigt dass er gegen irgendeines der Gebete des Herrn handelt was er nicht tun sollte und sich so verschuldet und seiner Sünde inne wird die er getan hat so soll er zum Opfer eine Ziege bringen ohne Fehler für die Sünde die er getan hat und soll seine Hand auf den Kopf des Sündopfers legen und es schlachten an der Stätte des Brandopfers und der Priester soll mit seinem Finger etwas von dem Blut nehmen und an die Hörner des Brandopfer Altars tun und alles andere Blut an den Fuß des Altars gießen all sein Fett aber soll er abheben wie man das Fett des Dank Opfers abhebt und soll es in Rauch aufgehen lassen auf dem Altar zum lieblichen Geruch für den Herrn so soll der Priester die Sühnung für ihn vollziehen und ihm wird vergeben wenn jemand vom gewöhnlichen Volk oder Priester unbeabsichtigt sündigten brachten sie ein Lamm gaben ihre Sünde darauf indem sie ihre Hände auf den Kopf legten und opferten es dann Gott das Auflegen der Hände bedeutete die Weitergabe der Sünde und Opfer bedeutet stellvertretend an der Stelle eines anderen zu sterben durch die täglichen Opfergaben zeigt Gott uns dass Jesus auf diese Erde kam und genau wie täglichen Sünden an die Johannes der Täufer auf ihn übertragen hatte das ganze Volk Israel im Alten Testament erhielt die Vergebung seiner Sünden durch Glauben daran wenn sie aus Versehen sündigten ihre Sünden durch das Gesetz erkannten brachten sie sofort ein Lamm und bekannten ihre Sünden indem sie ihre Hände auf den Kopf legten die Priester nahmen dann dieses Opfer an schnitten dann die Kehle durch nahmen das Blut und legten das Blut auf die Hörner des Brandopfer Altars und gossen den Rest auf den Boden und den Altar so erhielten die Israeliten ihre Vergebung der Sünde die Hörner des Brandopfer Altar beziehen sich auf die Bücher der Werke das heißt die Bücher des Gerichts immer wenn wir sündigen schreibt Gott unsere Sünden in die Bücher des Gerichts in seinem Königreich und er schreibt sie auch in unsere Herzen weil Menschen so schamlos sind und versuchen sogar Gott zu täuschen zeichnet er ihre Sünden in den Büchern der Taten und ihrer eigenen Herzen auf dies ist der Grund warum wenn die jenigen die nicht die Vergebung der Sünde empfangen haben beten die Sünden in ihren Herzen herauskommen und die kommen müssen wir wissen wie Jesus der auf diese Welt kam alle unsere täglichen Sünden annahm die auf ihn übertragen wurden nur dann können wir von unseren Sünden befreit werden wenn die Menschen Israels sündigten brachten sie ein Lamm und gaben ihre Sünden auf den Kopf indem sie ihre Hände auf den Kopf legten und wurden dadurch von ihren Sünden vergeben die Priester töteten dann dieses Lamm und legten sein Blut auf die Hörner des Brandopfer Altars Blut ist das Leben aller allen Fleisches 3. Mose 17 14 Blut sünd Sünde Als dieses Blut auf die vier Hörner gelegt wurde wusste Gott dass er dies sah dass ihre Sünden bereits durch das Lamm gerichtet waren und verurteilte deswegen nicht die jenigen die ihre Sünden auf das Lamm übertragen hatten dass Gott die Tiere anstelle von Menschen tötete war die Liebe Gottes wenn Menschen sündigen müssen sie zweifellos sterben aber weil Gott sie liebte ließ er Tiere an ihrer Stelle töten dies war das tägliche Opfer das von Gott der Gerechtigkeit festgelegt wurde in 3. Mose 16 29 bis 34 heißt es auch soll euch dies eine ewige Ordnung sein am 10 Tag des 7 Monats sollt ihr fasten und keine Arbeit tun weder ein Einheimischer noch ein Fremdling unter euch denn an diesem Tage geschieht eure Entsühnung dass ihr gereinigt werdet von allen euren Sünden werdet ihr gereinigt vor dem Herrn darum soll es euch ein hochheiliger Sabbat sein und ihr sollt fasten eine ewige Ordnung sei das es soll aber solche Entsühnung schaffen ein Priester den man gesalbt und dessen Hände man gefüllt hat dass er Priester sei an seines Vaters statt und er soll die Leinen Kleider anlegen die heiligen Kleider und soll so entsühnen das Allerheiligste die Stiftshütte denn den Altar die Priester und alles Volk der Gemeinde das soll euch eine ewige Ordnung sein dass ihr Israel einmal im Jahr entsühnt wegen aller seiner Sünden und Aaron tat wie der Herr es Mose geboten hatte die obige Passage beschreibt das Ritual des Versöhnungstages das Gott die Israeliten einmal im Jahr durch den Hohepriester für diejenigen geben ließ die nicht täglich Opfer bringen konnten und für das ganze Volk Israel durch dieses Opfer erhielt das ganze Volk den Segen dass alle Sünden eines Jahres Wertes erlassen wurden in 3. Mose 16 6 bis 10 heißt es und Aaron soll einen Stier sein Sündopfer darbringen dass er für sich und sein Haus Sühne schaffe und danach zwei Böcke nehmen und vor den Herrn stellen an der Tür der Stiftshütte und soll das Los werfen über die zwei Böcke ein Los dem Herrn und das andere Herrn fällt Opfern zum Sündopfer aber den Bock auf welches das Los für Azazael fehlt soll er lebendig vor den Herrn stellen dass er über ihm Sühne vollziehe und ihn zu Azazael in die Wüste schicke Gott gab den Israeliten das Opfersystem durch das sie nicht nur die täglichen Sünden sondern auch einen Jahreswert ihrer Sünden auf das Opfer übertragen konnten und von diesen Sünden ein für allemal vergeben werden konnten Aaron war der ältere Bruder von Mose und der hohe Priester am Versöhnungstag nahm Aaron einen der beiden Böcke in den Hof der Stiftshütte und übertrug die Sünden des gesamten Volkes Israel indem er seine Hände auf den Kopf des Bockes legte dann tötete er den Bock und nahm sein Blut mit hinter den Vorhang in das Allerheiligste dieses Blut war absolut erforderlich um hinter den Vorhang ins Allerheiligste einzutreten die Stiftshütte war ins Heiligste und das Allerheiligste unterteilt der Hohepriester konnte nur in das Allerheiligste gehen wo sich die Bundeslade befand indem er das Blut des Opfers trug es war durch den Anblick dieses Blutes das Gott Aaron erlaubte das Allerheiligste zu betreten Bock getötet hatte der alle Sünden des Volkes Israel angenommen hatte betrat Aaron mit diesem Blut das Allerheiligste und sprengte es mit seinem Finger siebenmal auf den Gnadenthron auf der Ostseite weil Schellen am Saum des Obergewandes befestigt waren erklangen diese goldenen Schellen wann immer er das Blut sprengte und mit diesem Klang der Schellen bestätigte Gott dem Volk Israel das vor der gesühnt wurden in 3. Mose 16 20 bis 22 heißt es und wenn er die Entsühnung des Heiligtums vollbracht hat der Stiftshütte und des Altars so soll er den lebendigen Bock herzubringen dann soll Aaron seine beiden Hände auf dessen Kopf legen und über ihm bekennen alle Missetaten der Israeliten und alle ihre Übertretungen mit denen sie sich versündigt haben und soll sie den Bock auf den Kopf legen und ihn durch einen Mann der bereit steht in die Wüste bringen lassen von den zwei Böcken war der verbleibende der Sünden Bock auf Hebräisch Azazael bedeutet Ziegenbock loslassen vor dem ganzen Volk Israel das vor der Stiftshütte wachte bekannte Aaron alle Missetaten des Israeliten wobei er durch das Auflegen der Hände diese Sünden auf den Bock übertrug sterben in die öde Wüste die Opfergabe die alle Sünden schulterte sollte zweifellos sterben durch das Opfer dieses Bock befreite Gott all die Menschen von Israel von ihren Sünden kein anderes als dies ist das Opfer das Mose geboten hat alle Menschen des Alten Testaments erhielten auf diese Weise die Vergebung ihrer Sünden durch dieses Opfersystem kündigte Gott uns an dass Jesus auf diese Erde kommen die Sünden der Menschheit wie der Bock schultern und alle begangen täglich Sünden über die ganze Lebensdauer auslöschen würde die Menschen des Alten Testaments erhielten die Vergebung der Sünden durch diese Opfergabe nun müssen sie die Menschen des Neuen Testaments erkennen wie Gott das Problem aller Sünden der Welt und aller ihrer Sünden gelöst hat und wie er ihnen die Vergebung all dieser Sünden gegeben hat das Alte und das Neue Testament stimmen überein wir sollten jetzt aus dem Neuen Testament herausfinden was Jesus für uns getan hat Predigt über den Heiligen Sohn 10 die Taufe von Jesus und die Vergebung der Sünden zu der Zeit des Herodes des Königs von Judäa lebte ein Priester von der Ordnung Abia mit Namen Zacharias und seine Frau war aus dem Geschlecht Aaron und hieß Elisabeth sie waren aber alle beide fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig und sie hatten kein Kind denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hoch betagt und es begab sich als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versahmten da seine Ordnung an der Reihe war dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das los traf das Räucheropfer darzubringen und er ging in den Tempel des Herrn und die ganze Menge des Volkes stand draußen und betete zur Stunde des Räucheropfers da erschien ihm der Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheraltars und als Zacharias ihn sah erschrak er und es kam Furcht über ihn aber der Engel sprach zu ihm fürchte dich nicht Zacharias denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben und du wirst Freude und Wunder haben und viele werden sich über seine Geburt freuen denn er wird groß sein vor dem Herrn Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn ihrem Gott bekehren und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten zu zu richten dem Herrn ein Volk das wohl vorbereitet ist Wer ist Johannes der Täufer Gott sandte seinen Sohn Jesus als den einen der wird sein Volk retten von ihren Sünden Matthäus 1 21 Um die Sünden der Menschheit zu nehmen wurde der Schöpfer des Universums selbst durch die Jungfrau Maria verkörpert und kam als das Opferlamm auf diese Erde Jesus Dienste begann mit seiner Taufe als Jesus 30 Jahre alt war wurde er von Johannes dem Täufer getauft Wer ist Johannes der Täufer Jesus selbst bezeugte dass Johannes der Vertreter der Menschheit ist In Matthäus 11 11 bis 13 heißt es Wahrlich ich sage euch unter allen die von einer Frau geboren sind ist keiner aufgetreten der größer ist als Johannes der Täufer der aber der kleinste ist im Himmelreich ist größer als er aber von den Tagen Johannes des Täufers bis heute leidet das Himmelreich Gewalt und die Gewalttätigen reißen es an sich denn alle Propheten und das Gesetz haben geweißt bis hin zu Johannes Jesus sagte dass niemand der von einer Frau geboren wurde größer als Johannes der Täufer ist der jenige der größer war als alle Propheten dieser Erde wie Jesaja Hesekiel und Habakuk und größer als sogar Mose des Alten Testaments war kein anderer als Johannes der Täufer der Vertreter der gesamten Menschheit im Alten Testament wurden die auserwählten der männlichen Nachkommen Aarons als Hohepriester gesalbt wie der Hohepriester der die Sünden der Israeliten mit dem Auflegen der Hände auf den Kopf des Bockes als der Vertreter der Israeliten übertrug hat Gott um alle Sünden der Menschheit auszulöschen Johannes den Täufer als Vertreter der Menschheit erweckt und ließ ihn die Sünden der Welt weitergeben Gott sandte Johannes den Täufer als letzten Propheten auf diese Erde und der letzte Hohepriester war kein anderer als Johannes der Täufer wie Gott dafür sorgte dass die Sünden aller Menschen dieser Welt allein durch die Nachkommen von Aaron weitergegeben wurden wählt er der unter allen die von Frauen geboren wurden der größte war und sandte ihn sechs Monate früher als Jesus in diese Welt um viele Menschen zu bekehren zu der Klugheit der Gerechten zuzurichten dem Herrn ein Volk das wohl vorbereitet Lukas 1 17 so erhob Gott Johannes den Täufer zum Vertreter der Menschheit und durch ihn hat Gott unsere Sünden an Jesus weitergegeben Johannes der Täufer kam vor Jesus als ein Zeuge und aus dem Wort müssen herausfinden wie er Zeugnis trug wie Aaron am Versöhnungstag die Sünden des Volkes Israel an den Bock weitergab taufte Johannes der Täufer Jesus Christus und gab damit alle Sünden der Menschheit auf ihn weiter es bezeugt uns wie all unsere Sünden ausgelöscht wurden das Geheimnis der Taufe Jesu wie bereits erwähnt wurde Jesus von Johannes dem Täufer getauft wie in Matthäus 3 13 17 aufgezeichnet weil Menschen üblicherweise getauft werden ohne selbst die Bedeutung zu kennen wird die Taufe leichtfertig an jeden gegeben der die zehn Gebote auswendig gelernt hat verspricht den Tag des Herrn sind äußerst selten als Jesus auf diese Erde kam wurde er von Johannes dem Täufer getauft und wir müssen erkennen warum er getauft werden musste wir müssen uns fragen warum Jesus der ohne Sünde war getauft werden musste aber diejenigen die die Vergebung der Sünde nicht erhalten haben sind weder neugierig auf die Taufe Jesu noch können sie es überhaupt zu wissen das Geheimnis dieser Taufe haben Jesus ist der Hohepriester des Himmelreichs und Johannes der Täufer ist der Vertreter und Hohepriester der gesamten Menschheit Johannes der Täufer hatte die Autorität alle Sünden der Menschheit weiterzugeben und Jesus der himmlische Hohepriester nahm alle diese Sünden an die auf ihn übertragen wurden indem er seinen eigenen Leib vor Gott als Opfergabe gab und damit alle Sünden der gesamten Menschheit auslöschte Matthäus 3 15 heißt es lasst es jetzt geschehen denn so gebührt es uns alle Gerechtigkeit zu erfüllen Jesus wurde im Jordan dem Fluss des Todes getauft Taufe bedeutet weiterzugeben untergetaucht zu werden zu reinigen zu begraben oder zu übertragen und sie hat dieselbe Bedeutung wie das Auflegen der Hände des Alten Testaments als die Sünden mit dem Auflegen der Hände auf den Kopf der Opfergabe übertragen wurden all unsere Sünden auf Jesus übertragen als Johannes der Täufer ihn taufte mit anderen Worten weil alle Sünden der Menschheit auf Jesus übertragen wurden war es dass er stellvertretend als die Opfergabe an unserer Stelle begraben und verurteilt wurde das Ritual mit dem Jesus auf diese Weise alle Sünden der Menschheit von Johannes angenommen hat ist die Taufe dass Jesus auf diese Welt kam und getauft wurde war um die Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen und die Sünden jedes Menschen ohne Ausnahme auszulöschen wurde Jesus getauft weil er demütig war dies war nicht der Fall Jesus sprach zu Johannes lass es jetzt geschehen weil Jesus auf diese Welt kam um die Sünden der Menschheit auf sich zu nehmen sagte er du sollst die Sünden an mich weitergeben und ich werde sie annehmen denn es ist meine Aufgabe vor ihren Augen der Sünden Bock zu werden und dadurch all ihre Sünden zu vergeben wegen unserer Sünden sind wir an die Hölle gebunden gequält und von Satan getäuscht aber Jesus kam um solche Menschen wie uns zu retten uns gerecht zu machen und uns zu Gottes Kindern zu machen als Jesus getauft wurde und herauf aus dem Wasser stieg fuhr der Heilige Geist wie eine Taube herab und bezeugte dass er der Sohn Gottes war der Heilige Geist ist derjenige der Jesus Christus bezeugte mit anderen Worten Gott der Vater selbst bezeugte durch den Heiligen Geist dass sein Sohn Jesus alle Sünden der Menschheit durch seine Taufe angenommen hat weil die Sünden der Menschheit tatsächlich auf Jesus übertragen wurden sagt uns Gott dass wir ohne Sünde sind hätte Jesus nicht alle Sünden weggenommen als er auf diese Erde kam würden wir immer noch Sünder bleiben egal wie leidenschaftlich wir an ihn glauben nachdem Gott alle Sünden ausgelöscht hat sagt er uns glaube an den Herrn Jesus so wirst es ist durch Glauben dass wir ewiges Leben erhalten in Johannes 1 29 heißt es am nächsten Tag sieht Johannes dass Jesus zu ihm kommt und spricht siehe das ist Gottes Lamm das der Welt Sünde trägt Johannes der Täufer rief den Menschen weiterhin zu dass alle Sünden der Menschheit durch seine Taufe auf Jesus übertragen wurden es ist niemand anderes als Johannes der Täufer der rief er ist Was ist die Sünde der Welt Jesus nahm die Sünden der Welt weg Jesus nahm die Sünde durch die Taufe fort nachdem er mit seiner Taufe die Sünden der Menschheit trug musste Jesus sein Leben am Kreuz aufgeben Jesus nahm alle Sünden der Welt auf sich durch seine Taufe nahm er auch die Sünden unserer eigenen Väter und Mütter weg denn auch sie sind die Menschen der Welt alle Sünden die wir während unserer gesamten Lebenszeit begehen einschließlich der Sünden die wir begehen ohne sie zu realisieren sind die Sünden der Welt diese Sünden wurden auch durch Johannes den Täufer auf Jesus übertragen Die Sünden die wir in der Zeit unserer Jugend begingen sind auch Sünden der Welt und so wurden diese Sünden auch an Jesus weitergegeben Jesus nahm nicht nur die Sünden einiger besonderer Menschen weg sondern er nahm alle Sünden eines jeden Menschen weg aber nur die jenigen die an diese Wahrheit glauben dass Jesus unsere Sünden durch Johannes den Täufer annahm und sie alle vergeben hat sind gerettet wenn wir nicht daran glauben werden wir in die Hölle geworfen werden das Tor des Himmels wurde bereits vor langer Zeit geöffnet aber wenn unsere Herzen immer noch nicht an diese Wahrheit glauben können wir nicht gerettet werden Menschen gehen zur Hölle weil sie nicht an die Wahrheit aus Wasser und Geist glauben und weil sie nicht kennen Jesus nahm all unsere Sünden der Welt weg alle Sünden die wir begangen haben ob in unserer Kindheit in unserer Jugend oder in unserem Erwachsenenalter sind die Sünden der Welt und wurden daher alle an Jesus weitergegeben Jesus ist der Sohn Gottes der jede einzelne unserer Sünden auf sich genommen hat ohne sie jemals in Erbsünden und persönliche Sünden aufzuteilen sind die Sünden die wir in der Mitte unseres Lebens und im Seniorenalter begehen in der Welt begehen und so nahm Jesus auch diese Sünden auf sich weil seine Liebe ewig und unermesslich ist teilte Jesus nicht unsere Sünden in die Erbsünde und persönlichen Sünden ein sondern nahm sie alle durch seine Taufe an wäre Jesus am Kreuz gestorben ohne zuvor getauft worden zu sein als er auf dieser Erde kam dann wäre sein Tod umsonst gewesen dass wir an den unsere eigenen Kinder auf Jesus übertragen lassen sie uns dies überprüfen falls sie Single sind aber irgendwann heiraten und Kinder haben gehören die Sünden ihrer Kinder auch zu den Sünden der Welt und deshalb wurden auch sie alle an Jesus weitergegeben die Sünden ihrer Enkelkinder und ihrer Nachkommen wurden ebenfalls auf Jesus übertragen und Jesus hat auch auch für alle diese Sünden gesühnt die Schwächen der Menschheit sind auch Sünden der Welt doch Jesus nahm diese Sünden durch seine Taufe auf und vergoss sein Blut am Kreuz Jesus sagte in Johannes 8 32 und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen und es ist wahr Menschen die glauben dass Jesus zwar die Erbsünde nahm sie aber für die täglichen Sünden büßen müssen können nur noch sündiger werden obwohl sie versuchen nach dem Wort Gottes zu leben und gute Taten zu tun wird es umso mehr sie es versuchen schwieriger sich dem zuzuwenden sie können erkennen dass sie vor Gott noch sündiger werden in Jesus Christus sind wir bereits für unsere Sünden mit ihm gestorben und wir sind auch mit ihm lebendig geworden es gibt keine andere Sache die sie und ich jetzt tun müssen sondern durch Glauben an Jesus gerettet zu werden den Erlöser der Sünder der alle unsere Sünden mit seiner Taufe auf sich genommen hat die Sünden der Welt zum Kreuz trug und daran starb der Glaube an diese Wahrheit das Evangelium des Wassers und des Geistes ist der Weg ewiges Leben zu empfangen